Halle, 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 Hall vorgestern ausgenüchtert aus Wiesbaden zurückgekommen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Servus Matze, servus Philipp. Wir wollten heute eigentlich eine größere Runde machen, aber zwei haben schon wieder im Vorfeld schlapp gemacht. Deswegen in Anführungsstrichen nur zu dritt, aber nicht minder witzig und freudig, oder? Ich glaube, das bekommen wir hin. Servus an die Runde. Hi. Servus. Ich möchte einen kurzen Recap machen eben zu unserer Leistung. Natürlich vom Podcast. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist es die 56. Folge in der Saison. Also mit Aftermatch-Talks, obwohl wir so die zwei oder drei verpasst haben, die ich dann vielleicht auch manchmal aus Wut nicht hochgeladen habe. Zum Beispiel den Aftermatch-Talk was war das? Gegen Freiburg 2 glaube ich. Habe ich nicht hochgeladen. Und glaube ich auch das Heimspiel gegen Saarbrücken. Das habe ich kommentiert mit dem Flo. Und da hat man eigentlich, da habe ich, war ich so on Rage, dass es schon fast peinlich wäre, wenn ich es hochgeladen hätte nach dem Ausgang. Deswegen vielleicht irgendwann mal als Sondervolge. Ich habe es mir schon gedacht und ich glaube, da hast du dich auch selbst geschützt und vielleicht in zwei, drei Jahren kannst du es dann veröffentlichen. Ja, genau. Das sind dann so die Robertschen-Anekdoten. Aber ich finde, keine schlechte Leistung. Und wenn wir nächste Saison auch wieder fast jede Woche eine Folge hinbekommen, dann ist das glaube ich nicht schlecht. Ansonsten habe ich mir jetzt ganz kurz nochmal angehört. Da wart aber ihr zwei nicht dabei. Die Folge vor der Saison und die Einschätzung zur Saison. Und eigentlich lagen wir aber gar nicht so schlecht teilweise. Und haben uns da ja auch sehr gefreut und waren wenig am granteln. Und so sind wir ja eigentlich auch ein bisschen in die Saison gestartet. Ein bisschen holprig. Wenn wir das jetzt vielleicht so ein bisschen durchgehen. Aber was waren könnt ihr euch noch erinnern, was eure Gefühle vor der Saison waren? Habt ihr euch eher gefreut? Wart ihr eher dem Team? Oh Gott, das ist ja also so viele Neuzugänge. Was war so euer Gefühl vor der Saison? Ich habe ja tatsächlich dann auch ein paar Vorbereitungsspiele mir angeschaut und war natürlich anfangs ein bisschen skeptisch, weil man eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft gesehen hat. Nichtsdestotrotz hat man schon erkannt, dass die Jungs wirklich Bock hatten. Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich jeden Mittelfeldplatz unterschreiben werde und bloß nicht absteigen und dass da tatsächlich eine Mannschaft auf dem Platz stehen könnte. Und ja, war dann letztendlich natürlich jetzt mit dem Saisonausgang mehr als nur zufrieden. Aber vor der Saison hätte ich ganz klar gesagt, bloß nicht absteigen, Mittelfeldplatz. Und tatsächlich, was ja auch die Botschaft vor der Saison von Bayer Lortzer war, die Liga annehmen und dann, wenn alles passt, zeitnah oder schnellstmöglich wieder einen neuen Lauf nehmen, aber bloß die Liga annehmen. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung, weil in der dritten Liga dann doch, und das hat ja auch die Saison bewiesen, ein anderer Fußball gespielt wird als in der zweiten Liga. Das ist ein großer Unterschied. Ja, da ist es ja gut, dass wir kaum noch Spieler hatten nach dem Abstieg. Also ich habe die ersten Wochen nach dem Abstieg, ich war wirklich, ich hätte alles über zehn oder, also bis zum zehnten Platz hätte ich alles unterschrieben. Und da war auch schon mehr Hoffnung dabei, einfach weil ich wusste, es hat schon mehrere Mannschaften durchgereicht oder haben sich schwer getan, gerade auch zweitige Abstecker. Wir haben null Überbleibsel aus dem Kader, also bis auf Schönfelder, Viet, Faber, Salah, ich glaube, ich habe alle, Weidinger, wenn man den mitzählen kann. Also das wirklich, das waren eigentlich alle Voraussetzungen dafür, dass es richtig schief gehen kann. Aber nach ein paar Wochen, nach dem Vorwärtsspiel hat man ja schon auch gemerkt, das kann auch gut gehen, wenn halt der Kader klappt. Aber das war auch eine große Ungewisse für mich, weil Achim Beiner hat den Job vorher noch nie gemacht. Also der ist da, vielleicht hat er da schon ein paar Mal reingeschaut, aber er hat noch nie einen Kader zusammengebaut, alleine als Verantwortlicher. Klar, der Schattenkader und die Kaderplanung, da sind mehrere beteiligt, der stand auch schon bevor er da war. Aber ja, die gleichen Mittel hatte auch, oder die gleichen Mitarbeiter, sage ich mal, hatte auch Rottor Stilz zur Verfügung. Und dessen Kaderplanung hat mich jetzt nicht so überzeugt, auf lange Sicht. Beim Achim, ja, ohne jetzt hier Fahrt ziehen zu wollen, nach zwei Minuten in der Folge, glaube ich, hat das deutlich besser funktioniert mit der Kaderplanung. Und das hat man schon in den Vorwärtsspielen auch ein bisschen gesehen, dass es, glaube ich, Hand und Fuß hat. Teilweise sogar hat man ein paar Sachen überbewertet. Also ich kann mich erinnern, dass ich im Vorwärtsspiel Noah Ganaus gesehen habe und man dachte, das ist eine richtige Granate. Der hat den besten Abschluss, den wir je hatten, also besser als Gründner oder sonst irgendwie. Den Abschluss habe ich wirklich nur gemeint. Das habe ich dann jetzt in der Saison nicht mehr ganz so oft gesehen. Kommen wir vielleicht später noch dazu zu eines Spielern, ohne jetzt zu sehr auf Noah Ganaus einladen zu wollen. Aber ich habe ihn halt nicht mehr als diesen Überstürmer auf jeden Fall wahrgenommen. Generell, glaube ich, vom Tabellenplatzvergleich mit Anfang, muss man absolut zufrieden sein. Ich glaube, es gab wenige, die gesagt haben, wir müssen unbedingt wieder aufsteigen, die jetzt nicht komplett das romantisieren, sage ich mal. Ja, was ich mir später noch gedacht habe, also wirklich noch vorsaisonbergen eigentlich, ich würde schon gerne TV-Bukar spielen nächstes Jahr. Also mein Wunschziel war eigentlich so Vierter zu werden, weil ich uns den TV-Bukar auch nicht zugetraut habe. Diesmal sind wir zwar nicht gegen den Unterklassigen ausgeschieden, sondern gegen den Liga-Konkurrenten. Das ist ja noch fast okay, auch nur beim Vierterschießen. Aber irgendwie habe ich das schon fast geahnt und da hatte ich schon so als Traum, ja, Vierter werden und dann ist ja der dritte Platz und die Relegation, die wir bekanntlicherweise können, auch nicht so weit. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht in meinem Kopf war, aber ich hätte alles bis zum zehnten Platz geschrieben. Ich finde den Ansatz, den du gerade hattest, mega interessant, weil ich glaube, du hast schon recht, wenn wir 80 Prozent vom Kader hätten halten können. Da gab es schon Beispiele bei anderen Mannschaften, die dann durchgereicht wurden von Liga 1 bis zu Liga 4 und ich glaube, dieser komplette Umbruch, dass wir wirklich komplett von vorne anfangen mussten. Natürlich kann das schief gehen, aber das war unser Glück. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt 80 Prozent von der Mannschaft hätten halten können mit diesem Negativ-Flow und dann vielleicht auch die fehlende Bereitschaft, so ein paar Prozentpunkte mehr zu geben. Du siehst ja manche, die jetzt in der dritten Liga gelandet sind, die Wilderiem zum Beispiel, wie das Gulas, Minus Gulas, die haben ja auch überhaupt keine gute Saison gespielt. Und vielleicht war das der erzwungene Zopf abschneiden, weil man tut sich ja immer schwer, so den Zopf abzuschneiden, weil das ist auch schwer zu verkaufen. Das ist immer so ein Problem und da mussten wir, wir wurden einfach gezwungen, von Null anzufangen und im Nachhinein konnte uns nichts Besseres passieren, aber ich hatte damals auch große Sorge. Aber da eigentlich dann, es war sehr lange Ruhe, glaube ich, wenn ich mich zurück erinnere und dann kam ein Transfer alle zwei Tage, bam, 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 und ab dem Moment hatte ich ein bisschen weniger Bauchschmerzen. Aber typisch Jan, dass die Transfers dann auf einen Schlag kommen und wochenlang nichts. Ketchup-Flaschenprinzip. Ja, war nicht das erste Mal. Nee, aber ich weiß nicht, ob ich es, also ganz ehrlich, der Kader, den wir in der Zweitliga-Saison hatten, ich glaube, der hat die dritte Liga sowas von im Kreuz gehabt. Die Frage ist, wie du schon gesagt hast, ob er es mental im Kreuz gehabt hat. Da, glaube ich, hatten wir aber genug frischen Wind, weil du hast immer ein paar Neuzugaben, klar, den besten Spieler verlierst du oder sonst irgendwas und du hast einen neuen Sportdirektor gehabt. Ich glaube, dass der Achim da, also gerade da habe ich ihm viel zugetraut, sage ich mal, bei der Einflüstern-Geschichte. Ich glaube, mit dem hätten wir wahrscheinlich als Mental, mit Achim Bayern als Mentalcoach hätten wir vielleicht vor zwei Jahren die zweite Liga gehalten. Einfach mal ein Hot-Take, den kann sich natürlich keiner leisten als Mentalcoach. Weiß ich nicht, es hat sich ja immer mehr, wenn wir jetzt in die zweite Liga noch zurückgehen wollen, es hat sich ja dann immer mehr aufgebaut gehabt, dass wir mehr und mehr Leihspieler hatten und immer weniger und weniger eigene Spieler. Also ich glaube, Robert hat schon recht, also dieser radikale Cut, jetzt kannst du wieder was aufbauen und wie gesagt, vor der Saison, glaube ich, haben wir was Wunschdenken und Traumdenken, dass wir Platz vier irgendwie erreichen könnten. Das war auch in meinem Kopf. Da mussten wir aber erst so drei, vier Spieltage spielen. Das ist so, ah, mit Glück, vierter Platz, wenigstens DFB-Pokal. Sonst wird es schwer, weil ich da noch Bielefeld und andere Vereine auf dem Zettel hatte. Und Mittelfeldplatz hätte ich vor der Saison unterschrieben, genauso wie du. Ja, ich habe auch da gesagt, glaube ich, vor der Saison. Und die Rolle Achim Bayer-Lorzers hat man jetzt vielleicht auch bei der Aufstiegsfeier mitbekommen. Wenn die ganze Mannschaft den Sportdirektor besingt mit Forza-Lorzer-Allee, dann hat der ein gutes Verhältnis zu denen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Sportdirektor von der Mannschaft mal so geliebt wurde. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir auch die besten zwei Zweitliga-Jahre mit ihm als Trainer hatten. Ja, aber das hat ja die aktuelle Mannschaft nicht gewusst. Aber ich meine, der hat offensichtlich sehr viel und gut mit ihnen geredet. Auch wenn es in dieser Negativphase dann eben nichts geholfen hat, wahrscheinlich oder wenig. Ich weiß nicht, ob er da sich jetzt wirklich, ob er da so viel näher mit der Mannschaft, habe ich zu weit weg gearbeitet oder so viel näher dran war, beliebter war, als jetzt zum Beispiel Christian Keller, der das ja auch wirklich gut gemacht hat, gerade zu Einzelspielern wie Jan Schorch. Also, ganz ehrlich, Jan Schorch wusste, glaube ich, dass er in seinem Leben niemals mehr als General gespielt hätte ohne Christian Keller. Und du hast es wirklich immer gesehen, wie der den angeschaut hat. Das war für den der absolute Held. Und ich glaube, da gab es mehrere. Also, ich weiß, ich glaube, dass Bayerleutzer das verdammt gut kann. Ich meine, er hat ja auch damals, wie du gesagt hast, er war damals in der zweitiger Zeit Trainer. Da war ja auch Keller unser Geschäftsführer. Aber ich würde es auch nicht absolut überholen. Es hat halt funktioniert letztes Jahr, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, wir hatten das schon öfter mal, dass das funktioniert. Auch mit Weinzähler als Trainer zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, wo du wirklich so eine verschworene Gemeinschaft hast. Das geht halt auch nur, wenn es gut läuft. Aber wenn du ein Scheißjahr hast, dann kann sich das nicht zusammenschweißen. Wobei man schon sagen muss, auch wenn es mal schlecht läuft, dass du mit Bayerleutzer einen, der neben sorry Pep Guardiola gestanden ist, das glaube ich, ist dann auch, wo man sagt, hast du ein größerer Erfolg, als das Lobo Eneber Turegis. Wenn also drei Reihen mit der Pep Guardiola gesessen, das bringt ja auch nichts. Aber nein. Ich habe ihm nicht die Hand gegeben. Ich glaube, wir hatten sogar besiegt. Wir hatten sogar besiegt als einziger in der Champions League Saison. Und das ist natürlich, ich glaube, wenn man dann seine Vergangenheit anzieht, dass junge Spieler da schon auch Wert drauf legen, was ein Bayerleutzer denkt im Vergleich zu sportlichen Leitern, die wir vielleicht die letzten Jahre hatten. Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Und auch nach dem Aufstieg ist es noch sinnvoll, trainieren zu gehen. Und wenn ihr trainieren gehen wollt, dann im Rebest Fitness Club in Regensburg. Vielleicht seht ihr ja da auch dann schon den einen oder anderen Neuzugang, weil auch Spieler im Rebest Fitness Club trainieren. Und es gibt natürlich auch ein Special-Angebot für alle, die mit dem Codewort 1889FM beziehungsweise Jahn-Podcast einen Vertrag abschließen. Bekommen nicht nur bessere Konditionen, sie kommen auch ein Jahn-Trikot mit Wunschflock aus der neuen Saison, wenn sie dann eben vorgestellt sind. Das ist doch schon mal was. Und ich habe mit ihm noch rausgehandelt, mit Adrian, dem Besitzer vom Rebest Fitness Club. Das wäre ein kleines EM-Tippspiel machen. Vielleicht die Hardcore-Jahn-Fans sind nicht so die EM-Fans, aber wir haben glaube ich auch viele Fußballbegeisterte und Leute, die hier zuhören und eben auch EM mitspielen. Und deswegen wird es ein EM-Tippspiel mit ein paar Preisen geben. Ein Gratis-Trainingsmonat, eine 10er-Karte zum Beispiel vom Rebest Fitness Club. Deswegen danke an Adrian, dass er das ermöglicht hat. Und ja, die Infos zu dem Tippspiel werden, ich hoffe, aller spätestens am Donnerstag über unsere sozialen Media-Kanäle verteilt und auch auf der Homepage zu finden sein. Nehmt teil, auch wenn es schon am Freitag losgeht, aber ich versuche das so schnell wie möglich noch zu veröffentlichen und zu bewerben. Wie ihr mit dem Rebest Fitness Club Kontakt aufnehmt, seht ihr in den Shownotes oder ihr googelt halt einfach nach Rebest Fitness Club in Wingsburg. Und jetzt habe ich den Sponsorern Namen oft genug genannt, deswegen kann es weiter in der Folge gehen. Das war jetzt nicht so geplant, dass wir so viel über Beinholzer reden, aber wenn wir schon dabei sind, ich finde, er hat verdammt viele Sachen gut wegmoderiert. Das macht er halt sehr gut mit seiner lehrerhaften Art. Aber was natürlich mich auch persönlich getroffen hat und es ist ja nicht aufgegangen, war diese Kritik, ich glaube, vor dem Lübeck-Spiel. Eben die Fans sollen ihre Ansprüche ein bisschen zurückschrauben und nichts, also und davor habe ich ja quasi sehr viel Kritik öffentlich auch zum Beispiel gegeben, das sicherlich mitbekommen wurde. Und da habe ich mich auch persönlich angesprochen gefühlt und dachte mir eben, ja, das hat man schon in einigen Podcasts. Ich, meine Ansprüche sind nicht so hoch, wenn ich nicht gegen die fünf schlechtesten Teams der dritten Liga verlieren möchte. Ja, also ich glaube genau, das ist das, also das, der Achim Bayerlotz, glaube ich, bei keinem Verein, wo er jemals rausgeflogen ist, irgendwie richtig unbeliebte Mannschaft war, ist klar. Sowas kann er auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, weil du gerade gesagt hast, ob es dem, Matze, ob es in Negativlauf, ob er da auch der Richtige wäre, weil genau das hat ja dieses Jahr nicht funktioniert. Also wenn man in die Saison ein bisschen Revue passiert hat, was wir nicht geschafft haben, war eigentlich, dass wir, das Krisenmanagement, dass wir irgendwie uns da gescheit wieder rausnehmen, weil wir hatten die Qualität zumindest im Mittelfeld der Liga zu spielen. Ganz ehrlich, wir haben in der Hintergrund der überperformt, das ist jedem klar, glaube ich, mittlerweile, aber wir waren auch nicht von der Qualität der Achtzehnter in dieser Liga. Also wir haben auch unterperformt in der Rückrunde und aus diesem Negativstrudel sind wir nicht rausgekommen. Bloß in der dritten Liga, wenn du einen Negativstrudel hast, gerade mit der Hinrunde gespielt haben, dann steigst du vielleicht nicht auf oder landest vielleicht im Mittelfeld, aber in der zweiten Liga mit dem Negativstrudel steigst du halt ab. Also das ist so meine Meinung zum Thema und ich glaube auch, dass der Bayerlotz eigentlich in der Sache recht hatte bei dem Interview vor dem Lübeck-Spiel, aber es war halt der komplett falsche Zeitpunkt und auch ein bisschen die falschen Worte, weil genau so habe ich es auch gesagt, wie du gesagt hast, gegen Mannheim und Lübeck und später auch noch Freiburg, wenn du gegen die drei verlierst, dann ist es das falsche Satz zu sagen, die Erwartungshalter ist zu hoch, aber wenn du in der Winterpause also auf Platz 1 stehst und alle vom Aufstieg gehen, wenn du das da gesagt hättest, das wäre genau der richtige Zeitpunkt gewesen, haben sie intern vielleicht auch, aber da hätte es extern irgendwie ins Bewusstsein, hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert, aber da war der Spruch richtig. Er wollte unbedingt Druck von der Mannschaft vor Lübeck wegnehmen und das ist halt, und eigentlich hat er Druck auf die Mannschaft aufgeladen, das ist ein bisschen schiefgegangen, aber lieber lernt das jetzt in einer Saison, wo wir es aufsteigen, als vielleicht nächste Saison. Vielleicht hat er auch kein Fazitrezept. Ich sage mal, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, wir haben schon Luxusprobleme, wenn wir bedenken, wo wir herkommen, immer noch, das ist also auch mit unserem Etat, den wir haben. Es ist ja fast schon so, dass in Regensburg ein Anspruchsdenken entstanden ist, dass wir immer mit dem Minimalprinzip den maximalen Erfolg Aber den hat man bestimmt auch in der Bayernliga, das liegt halt einfach auch an unserem Oberpfälzertum sein. Und es kamen ja Richtung Winterpause, es kamen ja viele Faktoren noch zusammen, die andere Mannschaften vielleicht komplett gebrochen hätten, also das muss man ja auch dazu sagen, im Saisonrückblick und ich weiß nicht, ob es dann immer so einfach ist, damit umzugehen oder dass man das dann immer komplett aus den Köpfen bekommt, dann kommt noch der Druck von außen, weil du natürlich in der Hinrunde über performt hast. Da kannst du schon mal in so einen Strudel kommen und ich glaube, wir haben halt dann trotzdem ein paar Momenten vergessen, dass wir vor der Saison eigentlich nur nicht absteigen wollten. Und danach warst du halt, wenn du halt in die Saison, wir hatten halt einen Abwärtstrend. Ja, also irgendwie hat sich keiner auf Relegation gefreut, dass wir das erreicht haben, was ja eigentlich unglaublich war. Das muss man ja auch dazu sagen. Und ich glaube, das wirst du nie wieder schaffen, das wirst du nie wieder schaffen, mit der Punkteanzahl in die Relegation zu kommen, das kommt ja auch noch dazu. Das ist auch eine wahnsinnige Leistung, dass du mit der Negativserie, die wir hatten, dass du eine Relegation gewinnst. Ja, und dann auch noch was, ich meine, da kommen wir noch später noch dazu, auch mit was für einer Art und Weise, aber nichtsdestotrotz, wir haben es in die Relegation geschafft. Das einzige Problem war, dass wir nicht wie Münster oder andere Vereine den Aufwärtstrend in der Rückrunde hatten, wo man sagt, jetzt greift man es an, weil Münster wäre komplett gehypt gewesen, hätten sie die Relegation erreicht, wenn man bedenkt, wo sie in der Winterpause standen. Und bei uns ging halt der Strudel nach unten, sage ich mal. Und das hat es halt ein bisschen schwieriger gemacht, sodass in dem Umfeld, wo, wie ich finde, überhaupt keine Aufstiegseuphorie entstehen konnte. Das war echt schade, ja. Und das war wirklich schade für das, das muss man sich mal klar machen, dass wir vor der Saison bloß nicht absteigen wollten. Das ist halt, ja. Ja, natürlich, aber wenn man zwölf Punkte Vorsprung hat, dann ändert man halt auch irgendwie seine Denkweise. Das ist aber schon klar, da kannst du nicht wieder zurück zu den Gedanken vor der Saison. Und ich meine, ich glaube, es wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn wir einfach zwischendurch mal ein Spiel gewonnen hätten, weil es ist auch einfach sau frustrierend, sechs Spiele hintereinander ohne Sieg gegen irgendwelche Krakkei-Gegner, wo ich mir immer denke, zum Beispiel, Dresden war ja genauso, also die waren ja die schlechteste Mannschaft in der Rückrunde. Und wer schafft es wieder, gegen sie nicht zu gewinnen? Wir. Wir hätten sogar, also hätte man sich nicht beschweren können, wenn wir verloren hätten bei dem Spiel. Und solche Geschichten. Abbei, wenn das Spiel zehn Minuten länger geht, dann gewinnen wir das sogar noch. Und das geht es nicht. Aber, wie wichtig war dieser Elfmeter in der 92. Minute? Der hat alles entschieden. Der hat dann über die Relegation entschieden. Und das muss man auch dazu sagen, dass man dann anglaufen ist ohne Ende. Ich meine, 60 München, sorry, die waren ab der 70. tot. Die sind bloß noch rumgestanden. Die konnten gar nichts mehr machen. Die haben wir dann überrannt im Derby. Die ersten 70 Minuten kamen wir gar nicht klar, aber plötzlich haben wir sie überrannt. Also, es war nicht alles schlecht und es kommt halt dann auch in der dritten Liga viel Glück dazu und es hat sich halt diese Saison mehr denn je bewahrheitet, dass jeder jeden schlagen kann, bis auf Ulm, wobei man auch sagen muss, dass ich sechs, sieben Spiele von Ulm, sechs, sieben Spiele von Ulm in der Rückrunde gesehen habe, wo sie mit richtig viel Glück gewonnen haben und ganz viele Entscheidungen zu deren Gunsten gefallen sind, die in anderen Schiedsrichtern nicht getroffen hat. Also, es kommt auch dazu, dass du, dass dich dann auch mal das Glück bei anderen Entscheidungen verlässt. Nichtsdestotrotz hast du recht, die Rückrunde war absolut bescheiden, aber unter den Voraussetzungen, wie wir eine Rückrunde spielen mussten, auch weil wir es, das muss man auch dazu sagen, verpasst haben, uns, sag ich mal, mit Qualität zu verstärken, um für die Rückrunde gewappnet zu sein, dass man auch eine zweite Person hat. Und es kam dann auch noch viel Verletzungspech dazu und musste viel rotieren. Es ging schon viel durcheinander in der Rückrunde und trotzdem sind wir am dritten Platz gelandet und davor wollte man einfach nur nicht absteigen. Ich meine, ich bin ja auch, sorry. Ja, ich meine, ich würde gerne eine alternativen Matze hören, wenn wir auf Platz vier gelandet werden. Natürlich, aber genau, das ist ja der Podcast. Ein Moment grantest, im nächsten Moment ist für jeden was dabei. Bist du halt größte Jahn-Fan auf der Welt. Nein, nein, ich bin unfassbar froh, dass wir auf Platz drei gelandet sind, weil sonst müssten wir heute da hocken, uns über einen Joe Ennox unterhalten, ob die Transferphase gut gelaufen ist. Eine Trainerdiskussion würde ich auch auf Platz vier nicht führen, tatsächlich. Doch, ich würde sie aufmachen auf jeden Fall. Du würdest sie vielleicht abkanzeln, aber aufmachen musstest du sie. Du müsstest dich dann auch über einzelne Spiele unterhalten, wo, sag ich mal, in der 90. Wenn der Ball reingeht, dann sind wir am Relegationsplatz. Da hast du ganz viele Themen. Und ich meine, ich habe in der Winterpause habe ich meinen Amerika-Urlaub bucht. Da hat man zwölf Punkte Vorsprung. Ich war dann auch sehr optimistisch, dass wir das nur irgendwann hinkriegen. Und dann war ich während der Relegation, das ist die erste Relegation, seit ich sechs Jahre alt bin und ich bin jetzt 36, die ich nicht erlebt habe. Also muss man auch mal dazu sagen, es war für mich auch die Hölle. Du warst zu arrogant? Ja, in dem Fall wahrscheinlich. Natürlich, aber letztendlich. Wir saßen, glaube ich, in Weihnachten da, haben zwar die Meisterschaft ausgerufen, haben aber gesagt, wahrscheinlich wird es die Relegation. Ich glaube schon, ja. Ich muss jetzt auf ein paar Punkte von Mats eigentlich, das war zu langer Redefluss. Das tut mir sehr leid. Ich habe nicht mitgeschrieben, also ich hoffe, ich kriege einen. Also erstens 60 ist kein Derby. Ich will es nur erwähnt haben. Zweitens, was du gesagt hast zum Thema, was war es jetzt? Ich glaube, es war in der Rückrunde Abwärtstrennhilfe mal kurz. Was war dein Punkt dazu? Was war dein Tag dazu? Ich habe es selber nicht mehr. Schlechte Transfers, da wollte ich drauf auch noch mal eingehen. Genau, auf die Transfers wollte ich mich auch, ich wollte auf das Verletzungspech eingehen, weil ich stimme zu bei den Transfers, aber ich widerspreche bei den Verletzungspech. Ganz ehrlich, mit Verletzungspech wären wir jetzt wahrscheinlich Sechster oder Achter oder sonst irgendwas. Wir haben dieses Jahr richtig Glück gehabt, dass sich niemand Wichtiges länger als eine Woche verletzt hat oder zwei. Außer gibt. Klar, es haben sich, ja, okay, da stimme ich zu. Das ist tatsächlich korrekt und das passt auch ganz gut auf Teil unseres Abwärtstrends, glaube ich. Das kann man da sogar teilweise erkennen, aber ja, ein Kroter, ein Feed, ein Geipel haben eigentlich nie mehr als ein Spiel gefehlt am Stück und das hätten wir nicht auffangen können mit diesem Kader, weil darauf wollte ich eigentlich raus. Für mich ist der Kader, also klar, es ist ein Drittliga-Kader, aber wenn es mit den letzten Zweitliga-Jahren vergleicht, wir haben weniger Leihspieler, aber wir haben halt auch ungefähr acht Jugendspieler auf der Bank. Also für mich ist der Kader in der Breite richtig, richtig schlecht besetzt, was cool ist für unsere Jugend. Punkt, also das Jonas Bauer hätte wahrscheinlich in dem Zweitliga-Kader mit fünf Leihspielern nicht so viele Minuten gekriegt, aber tut mir leid, also in der Zweiten Liga, ich war sehr froh, die ersten Zweitliga-Jahre, die ersten zwei war es ähnlich, da hatten wir auf der Bank auch nur lauter so Drittliga-Ersatzspieler gefühlt und mit den Jahren ist es besser geworden. Auf einmal hatten wir wirklich Spieler, die du auch mal von Anfang an bringen kannst, wo du nicht jedes Mal, wenn der eingewechselt wird, denken musst, ja okay, jetzt ist es vorbei und das war wirklich so die ersten Zweitliga-Jahre. Und ich hoffe nicht, dass wir da wieder hinkommen, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein bisschen mehr Qualität auf der Bank haben für Zweite Liga, weil das brauchst du in der Liga einfach auch. Mit Pech wären wir diese Saison, die vergangenen Saison, jetzt einfach nicht aufgestiegen, wirklich wegen Verletzungen, wegen der Breite vom Kader, da bin ich fest von überzeugt. Und beim Thema Pech, jetzt der letzte Punkt, den ich mir noch gedacht habe bei dir gerade, ja Ulm war in der Rückrunde ein bisschen vom Glück verfolgt, aber waren wir in Hinrunde ja auch. Und da haben wir mich vehement dagegen gewehrt, dass das alles Glück ist, weil am Ende ist es halt auch bei uns zum großen Teil auch Kondition gewesen, haben wir auch in der Rückrunde teilweise noch gesehen, dass wir halt auch mal zehn Minuten länger können als der Gegner und da hast du dir auch ein bisschen verdient dann wieder. Und genauso hat sich Ulm in der Rückrunde dann, glaube ich, schon größt als auch verdient. In der Hinrunde haben wir die auch geschlagen. Also unschlagbar waren die nicht, aber die haben sich halt den Lauf gespielt und unser Lauf hat zwar so lang gedauert wie noch, wie erst einmal vorher in der Drittliga- Geschichte, aber ja, war halt nicht zum perfekten Zeitpunkt, glaube ich, für so eine Aufstiegseuphorie, die hätte ich auch lieber gehabt. Ich will ja nicht alles schlecht reden. Also ich sage jetzt mal so, gegen Ulm das Tor fällt, weil wir nicht reagieren und zwei Spieler gelb vorbelastet sind und nicht mehr hingehen können. Wir haben da schon, oftmals sind wir dann schon ein bisschen zu naiv gewesen, haben gesagt, okay, zehn Minuten gehen noch und dann wechsle ich, aber dann ist es halt passiert. Wenn man jetzt zum Beispiel die Verletzung von Gebhardt sagt und da will ich halt einfach das Positive mit reinbringen, weil der Kerl viel sich hat anhören müssen, unter anderem Weidinger, der den Gebhardt vertreten hat gegen Sandhausen, der holt einen Ball gegen Bielefeld raus. Ich glaube, Bielefeld war es, da hätten wir sonst das Spiel verloren. Die ersten zwei Spiele waren ja überlagend. Da holt der einen Ball gegen Bielefeld raus. Der Ball war eigentlich drin, aber wir haben ja keine Torlinietechnik. Stimmt, stimmt, ja. Aber es war ein Mega-Reflex und es wurde kein Tor gegeben, obwohl der Ball drin war. Jeder andere Torhüter geht da nicht mehr hin oder der hat auf alle Fälle einen Riesenreflex gehabt. Dann wären wir auch nicht aufgestiegen. Also in Summe, auch wenn unsere Bank nicht gut besetzt ist oder nicht optimal besetzt ist, hat bei diesem Aufstieg hat jeder dazu beigetragen, dass es am Schluss gereicht hat, dass wir diesen einen Prozent mehr hatten wie Weidinger mit diesem einen Safe gegen Bielefeld. Dafür bin ich ihm heute nur dankbar, sonst hätten wir das Spiel verloren und wären nicht aufgestiegen. Und da hat jeder so ein bisschen sein Part dazu beigetragen. Und das hast du auch gesehen, wie sich alle gefreut haben, als dann der Aufstieg final war. Wir haben jetzt schon mit ein paar Spieler gesprochen, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen, ich habe mich da in meinen Notizen so ein bisschen an dem Jahrblock orientiert und ich hätte einfach so ein paar Awards vergeben oder habe Spieler kategorisiert nach Spieler der Saison, meiner Meinung nach positivste Überraschung, besser als sein Ruf, das ist nur einer, und kleinere Enttäuschungen. Das ist tatsächlich die schlechte Kategorie, ist kleinere Enttäuschungen. Das sind, ja okay, vielleicht soll ich noch eine Totalausfallkategorie Fang noch mal mit dem schlechten an. Soll ich mit dem schlechten anfangen? Ja, weil dann steigern wir uns nach oben. Okay, weil ich habe mich gerade nachschauen müssen, weil, also vielleicht gehe ich darauf schon ein, weil Weidinger ist tatsächlich nicht drauf in keiner dieser Kategorien. Hat er sich verdient mit seinen ersten Leistungen, wobei ich schon sagen muss, ganz ehrlich, ich würde nicht sagen, er hat uns Spiele verloren, aber Gebhardt hätte uns manche Punkte geholt in diesen Spielen, in den folgenden Spielen. Ja. Und wirklich auch dieses grandiose Scheißspiel, diese 6-3 gegen Sandhausen, klar war das ein richtiger, richtiger Scheißdreck, dass wir uns da so schnell zwei Tore fangen, aber das dritte legt er sich ja quasi selber rein. Ich glaube, es war das vierte. Ich glaube, das war der Ausgleich sogar. Ich wollte nur sagen, das kannst du dir ja selber auf die Schulter klopfen, weil du hast es so ein bisschen vorausgesagt. Du warst der Einzige, der wirklich vehement dafür war, im Winter noch einen Torhüter zu holen, weil du eben genau gesagt hast, der Weidinger ist jemand, der ist für ein oder zwei Spiele auf dem Punkt da und aber wenn der länger im Tor steht, dann weißt du auch nicht, ob er das überhaupt im Kreuz hat. Ich hätte gerne nicht recht behalten und wie gesagt, er hat es auch echt eine Zeit lang gut gemacht. Ich will ihm da gar nicht groß die Schuld geben. Ich glaube, die dritte Liga hat er grundsätzlich im Kreuz, aber wenn es halt um einen Aufstieg geht, dann kann dir das am Ende schon richtig was retten, wenn du so einen Rückhalt wie Gebhardt hast. Ich glaube, es war halt der Druck und ein bisschen Unerfahrenheit in der Hinsicht. Der ist jetzt, also das ist halt an seiner Karriere, also vom Alter her, ist er jetzt auch an dem Punkt, wo Unerfahrenheit leider kein Faktor mehr sein darf. Das ist jetzt eigentlich ein Punkt. Aber der wird halt für immer unser regionaler Mann sein und wird wahrscheinlich auch jetzt wieder eher Torhüter Nummer drei werden, glaube ich. Hoffentlich Nummer drei. Ich hoffe, er bleibt als Nummer drei. Ich hoffe, er macht das auch gerne, weil ich glaube, er passt super zu uns. Aber das machen wir dann in der Vorschau-Folge. Aber gut, der Mats hat sich gewünscht, dass ich die kleineren Enttäuschungen nenne. Ja, bitte. Für mich ganz oben, dass ich auf dieser Liste habe ich gerade erst nachgetragen, ist Elias Hut. Das bezieht sich auch ein bisschen auf einen anderen Stürmer, den ich in einer anderen Kategorie habe, weil Hut halt einfach schon mal zehn Tore geschossen hat in dieser Liga. Von dem hat man eigentlich erwartet, dass er unser Nummer einen Stürmer ist dieses Jahr. Und das ist er definitiv nicht geworden. Ich weiß nicht, bei was er genau rauskommt. Ich habe jetzt nicht sechs Tore, vier Tore, ich weiß nicht genau. Es war okay. Er hat teilweise was gebracht, was uns auch vom Spiel her was gebracht hat. Er war Kopfballstärker zum Beispiel als Ganaus. Hat dafür andere Sachen, wie es Anlaufen, nicht so gut gemacht wie Ganaus. Aber ich habe einfach mehr erwartet von ihm. Das war schon eine kleine Enttäuschung, dass er das nicht erfüllen konnte. Wer nur bei kleinen Enttäuschungen ist und nicht bei Totalausfall, die Strategie gibt es gar nicht, ist Oskar Schönfelder. Deswegen, weil er in der Relegation das quasi wieder rausgerissen hat. In der Relegation habe ich mir sagen lassen, ich habe wenig, also ich habe die Relegationsspiele nicht im Fernsehen gesehen, dass er wirklich einer unserer Besten war. Dann hört er nicht die Turmfunkübertragung an, aber ich habe mich auch auf Oskar Schönfelder eingeschossen in der ersten Halbzeit. Aber ich habe auch wirklich die letzten drei Spiele, das geht sogar schon in zwei Spielen vor der Relegation los, habe ich ein paar gute Szenen von ihm gesehen, ein paar gute Ansätze. Aber die ganze Saison, man erinnert sich vor allem an die Hinrunde, gerade das Spiel gegen Saarbrücken, war mein Großkritik an Oskar Schönfelder. Der Junge würde niemals bei uns spielen, wenn er sich nicht so schwer damals verletzt hätte und irgendwann ist es hoffentlich auch mal vorbei, dass ihm das immer noch nachhängt. Ich glaube, das ist sein Problem, dass ihm das bis heute noch nachhängt, dass er immer ein bisschen ziehen da hat oder Zipperlein da. Ich weiß nicht, um was es liegt und dass er seine Position nicht gefunden hat. Er war als Salah, also er war die ganze Zeit linksoffensiv am Anfang. Dann als Salah schlecht geworden ist, haben wir es mal mit Schönfelder hinten probiert und das erste Spiel war überragend und dann wurde er von Spiel zu Spiel wieder schlechter. Also er war unser bester Linksverteidiger im Saison, muss ich fast sagen, weil Bine Salah hat mir da tatsächlich nicht gefallen auf der Position. Ja, weil du die ersten, also ich bin ja kein Salah-Lobbyist, das weiß man ja, aber Salah war die erste. Das weiß auch er. Aber ich glaube, er weiß meine Kritik zu schätzen. Die ersten 10, 15 Spiele war der in der Form seines Lebens. Ich weiß auch nicht, was da im Winter passiert ist bei ihm. Aber ja, deswegen täuscht vielleicht der letzte Eindruck. Kann natürlich sein, ja. Am Anfang gab es wenig zu meckern in unserer Siegesserie, da habe ich mich immer Salah auch nicht beschwert. Schönfelder ist, also wie gesagt, für uns zwei Stunden geschwerte, ich glaube halt einfach, dass ich bin enttäuscht, ich sage nicht, dass er absolut scheiße war, aber ich bin enttäuscht, weil ich glaube, der kann halt so viel mehr. Das ist technisch wahrscheinlich unser bester oder zumindest in Top 3 mit Feed und Kurta vor der Saison gesagt unser bester spielertechnisch von Anlagen. Der wäre zu einem gut zahlenden zweiten Gisten, glaube ich, gegangen, wenn es in der Karriere optimal verlaufen wäre, ohne schwere Verletzungen. Wir haben ja nur geliehen ursprünglich. Durch die Verletzungen konnten wir dann sogar festverpflichten. Also ich verstehe bis heute nicht, woran es da genau hakt, ob es der Kopf ist, ob es das Knie ist, das immer noch zieht oder sonst irgendwas. Es tut mir bis heute leid und ich vielleicht bleibt, ich glaube, er hat ja noch Vertrag, vielleicht gesagt, nächstes Jahr überrascht uns alle, macht einen Riesensprung. Ich würde mich freuen. Letzter Punkt auf meine kleinen Enttäuschungen hier, Yannick Graf, der in der zweiten Liga mehr Einsatz hat als in der dritten Liga. Also das muss ja auch irgendeinen Grund haben. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, dass er einfach da vielleicht in seiner Entwicklung irgendwie dachte, er war schon weiter als Joe Addox es dachte und deswegen ein bisschen Denkzettel bekommen hat. Aber ich kann es von außen nicht beurteilen. Andere, die auf der Bank saßen, die aus unserer Jugend stammen, haben da dieses Jahr deutlich mehr erreicht als Yannick Graf. Für den war das, glaube ich, eher ein Rückschritt des dritten Liga. Und das habe ich vor der Saison nicht erwartet. Der ist raus aus dem Jahr im Profitum, bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, der wird jetzt entweder ausgeliehen oder ja. Aber ich sehe das auch so, wir hatten große Hoffnungen und hätten uns auch gewünscht, glaube ich, dass er einen Durchbruch hat. Aber ich glaube, wir hatten schon oft über ihn gesprochen. Ich würde noch um Brian Hain ergänzen, weil der hat auch so unfassbar gute Anlagen. Der ist schnell, der ist technisch stark, aber er hat so ein bisschen auch dieses Guwara verkopft sein. Ich hoffe, dass, ich meine, der ist noch jung, der hat jetzt die erste richtige Saison wahrscheinlich hinter sich mit vielen Einsätzen. Über eine Sommerpause kann man noch einen Sprung machen. Wenn er eingewechselt wurde, war er aber eher offensiv besser als defensiv. Wollte ich sagen, auf welcher Position siehst du den Sprung machen? Das weiß ich nicht, ja. Eigentlich würde ich ihn auch eher offensiv sehen, aber wir brauchen Linksverteidiger. Wir haben Riesenbaustellen, jedes Jahr auf den Ausländer der Position, aber jeden Ausländer, den wir holen, merken wir nach einem halben Jahr, ja, offensiv funktioniert der irgendwie besser. Liegt es an unserem System, dass es taktisch so viel schwieriger zu spielen ist als Außenverteidiger? Ich habe keine Ahnung. Oder wir holen zu sehr, also wir holen zu krass offensive Außenverteidiger vielleicht und wundern uns dann, dass die offensiv besser sind als defensiv. Ja, ja, selbst Benezala, also das denkt man heute nicht mal, Benezala ist ein offensiver Außenverteidiger. Der hat erste Liga für Mainz rechts außen gespielt offensiv und hat sogar ein Tor geschossen in der ersten Liga. Hat nämlich bloß sechs Einsätze gehabt, aber ja, manchmal sieht man es ja auch noch bei diesen Eckenvarianten, wo er dann aus der Ferne draufhaut, das kann er auch. Aber ja, das wäre das, wo ich jetzt noch ergänzen würde zu deiner Liste. Ja, auf jeden Fall. Es hat ja einen Grund, dass eine der kleineren Enttäuschungen, Oskar Schönfelder, den ich gerade noch als unser besten Links oder letztlich habe bezeichnet habe. Das ist logisch, dass Brian Hine hinter dem zu sehen ist. Den musstest du bringen, weil das ist dein Salah. Der Oskar Schönfelder ist dein Salah. Also ich habe ja immer eine Fede mit dem Salah und du hast jetzt schon seit eineinhalb Jahre, seitdem ich dich, seitdem der Oskar Schönfelder da ist, hackst du auf dem rum. Wenn er auch noch die Tore in der Relegation gemacht hätte und nicht nur angeblich gut gespielt und mir auch ein paar Mal aufgefallen wäre, dann hätte ich ihn da gar nicht mehr aufgenannt. So nachtragen bin ich dann auch nicht. Aber ja, ich habe da ein bisschen Trauma, wie gesagt, weil ich eigentlich da so viel mehr erwartet habe. Nicht, weil er unser schlechtes Spiel am Platz war. Da gab es letztes Jahr andere tatsächlich, die nicht mehr bei uns spielen. Okay, weiter? Also, andere Kategorien. Ja, ich habe ja schon angeteasert. Hat sich, glaube ich, jeder denken können, besser als sein Ruf ist für mich tatsächlich Noah Ganaus und ich muss da in dieses Jahr im Lockhorn stoßen. Der Kerl hat eben nicht nur so viele Tore geschossen wie Elias Huth, sondern er hat fucking zehn Tore geschossen in seiner ersten richtigen Profisaison. Der hat davor Regionalliga gespielt in Jugendmannschaften, in zweiten Mannschaften. Ich glaube, er war auch mal irgendwo ausgeliehen worden und ein halbes Jahr gespielt, kam ein Einsatzgeleiter. Also, das war wirklich sein Debüt und ich glaube da noch mehr als bei Brian Hain, dass der vielleicht über die Sommerpause einen Sprung machen kann und ich hoffe es drauf, weil, ganz ehrlich, das ist eigentlich ein geiler Kicker. Wenn er Ruhe hat, wie wir in diesem Testspiel gesehen habe, wie wahrscheinlich jeder gesehen hat, mit seinem ersten Abschluss, dann hat er einen richtig geilen Abschluss. Haben wir gemerkt in der dritten Liga? Ja, hey, Ruhe hast du nie, weil es ist immer ein Verteidiger an dir dran, der irgendwie Ellbogen reindrückt, sonst irgendwie. Das wird in der zweiten Liga noch schlimmer werden. Aber wenn er das so im Profi da ist, mit ein bisschen Erfahrung jetzt auch, vor allem mit einer langen Sommerpause, wenn er das irgendwie, ja, wenn er da irgendwie das in sein Spiel reinbekommt, dass er den Ball besser behaupten kann, dass er auch ein bisschen vielleicht in der Ballbehandlung natürlich nicht alles versprengt ist, so diese Aaron Seidel-lange Haxenkrankheit, dann sehe ich da wirklich einen guten Stürmer, vor allem für unser Spieler der zweiten Liga, weil das, was ein Grüttner richtig gut gemacht hat zum Beispiel, das macht Noah Garners auch richtig gut. Ich meine jetzt nicht den Abschluss oder das 1 gegen 1, weil im 1 gegen 1 fand ich Grüttner teilweise auch voll wild, sondern ich meine vor allem das Anlaufen. Der war nicht umsonst unser Kapitän, das war ein richtiger Leader, der immer in erster Linie anruft. Das macht Noah Garners richtig gut, mein Garners, ich gehe da mit, mit dem, was du sagst, dass da ganz viel Potenzial ist. Ich sage ja auch, den Spieler ist so. Dem fehlt halt noch so ein bisschen das, was Hotti dann reingebracht hat, wenn er gespielt hat, nämlich die Ruhe und dass man den Ball vorn halten kann. Das hat uns in der Hinrunde auch, wenn es lang gedauert hat, bis der Knoten geplatzt ist bei Hotti, tat es mir dann sehr leid, dass nachdem der Knoten geplatzt ist, dann die schwere Verletzung kam, das war besonders bitter. Auch das Kreuzband geplatzt ist. Ja. Und der hat das halt richtig gut gemacht, in so heißen Phasen den Ball zu halten und Ruhe reinzubringen oder auch mal einen Foul zu ziehen oder schön mit der Brust weiterzuleiten und zu verteilen. Aber das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe vom Noah Garners gewesen. Ja, aber nichtsdestotrotz musst du, ist er schon sehr vernaht oder dann auch mal blind wo reingerannt, wo du dir denkst, spiel halt den Ball ab und renn jetzt nicht in fünf, sechs, sieben Mann rein in einer hektischen Phase. Ja, und in einer hektischen Phase, wo das Spiel auf der Kippe stand, da hat uns das so ein bisschen gefehlt, dass einer vorne so ein bisschen dann auch die Ruhe bekommen hat. Und dann war das größte Problem, dass wir halt mit einer Spitze gespielt haben und auch ein Garners oft nicht zur Geltung kam, weil er keine Unterstützung bekam. Dasselbe gilt ja für Hut. Ich glaube, wenn der mehr gefüttert worden wäre, ging aber nicht in vielen Situationen. Und deswegen traue ich auch dem Hut die zweite Liga zu, wenn dann aus Spielsystem ein bisschen angepasst wird, dass er auch ein guter Ergänzungsspieler sein kann, weil er für mich trotzdem Kopfballstärke mitbringt. Mark kannst du den bringen, ja. Ja, und weil der bissig ist, anläuft und ja, mit dem richtigen Support kann da schon was gehen. Deswegen finde ich natürlich, ich verstehe dich, was du sagst mit deiner Liste, so als kleine Enttäuschung. Nichtsdestotrotz, wenn man unser Spielsystem sieht. Wir sind schon bei Besser als ein Ruf, das war keine Enttäuschung. Okay. Also in dem ersten Hut als klein, doch gut war keine Enttäuschung, ja. Entschuldigung. Auch da geht es wieder um die Erwartungshaltung. Vielleicht ist auch meine Erwartungshaltung so hoch, wie Achim Beiner so sagen würde. Glaube ich auch, weil ich meine, wir haben ja so viele unterschiedliche Torschützen dann doch gehabt. Ja, haben wir auch gebraucht. Ja, aber muss man auch dazu sagen, dass ja nicht immer die Aufgabe der Stürmer übernehmen musste, so wie es in anderen Vereinen ist, sondern ich glaube in der Rückrunde haben unsere Verteidiger am meisten Tore geschossen, gefühlt mit dem Salah und. Ja, irgendwann hat Cota dann wieder aufgeholt. Ja, richtig. Aber auf jeden Fall, Ganaus sehe ich das Problem bei ihm an, er hat so ein bisschen die Uesil-Attitüde. Er sieht immer so aus, als hätte er keinen Bock, wenn er da vorne drin steht und er braucht immer so eine Sekunde, bis er reagiert. Das ist, glaube ich, auch immer das Problem. Das glaube ich auch. Bis er Turbo kommt, bis er in seiner Spritzigkeit ist, mit seiner Schnelligkeit dauert es oder es täuscht. Ich kann es nicht sagen, aber Es sind auch die langen Beine, so dieses Peter-Crouch-Syndrom, aber ich glaube auch, dass es Dankenschnelligkeit ist. Ja, oder er nimmt den Ball an und dann dauert es erstmal, bis er sich überlegt, was mache ich und dann ist der Gegner das Spiel schon da. Also du musst vielleicht auch so ein bisschen mehr so Reaktionsspielchen mit ihm machen. Da haben wir ja ein super tolles Trainingszentrum, habe ich ja auch schon mal. Durfte ich mal beobachten, als ich mit dem Joe-Annox-Interview war, durfte ich endlich mal in das heilige Trainingszentrum. Und da gibt es ja genug Gerätschaften, wo man reaktionstestend und trainieren kann. Aber das ist halt kein Talent. Also ich glaube, diese Gedankenschnelligkeit, das ist glaube ich, was, wo du wirklich im Profi, also gerade im Übergangbereich vom Amateur zum Profi oder vom Jugendspieler zum Profi, ich glaube, das kannst du lernen oder das kommt mit der Zeit, das ist auch so ein bisschen ein Erfahrungsding. Klar, wenn ich auf Zack schon seit der Jugend, aber wenn der noch einen Sprung macht, wird der noch rein vielleicht. Ja, ja, klar. Wenn der noch einen Sprung macht, wird der, glaube ich, schon noch ein Gerät. Und, was ich noch sagen wollte, du bist der Stürmer, die schlimmste Sau, wenn du der erste Verteidiger bist. Weil das war seine Rolle. Das hatte eben, die Aufgabe hat ein Hut oder ein Hotman in einem 4-4-2, wo wir noch manchmal gespielt haben, eben nicht gehabt. Aber ich würde behaupten, kurz, ich weiß gar nicht mehr, ob der Granas ausgewechselt worden ist gegen Wiesbaden, aber er war eine Zeit lang unser bester Verteidiger in der zweiten Halbzeit. Das war Wahnsinn, was der wegverteidigt hat, aber so 20 Meter vom Tor oder so. Natürlich, und dann, wenn du dann mal das Laufduell hast, bist du völlig im Arsch, weil du ja schon 16 Kilometer gefühlt in den Knochen hast, weil du ja auf alle auf sich verlassen, dass du der dritte Sechser bist, so ungefähr. Also wie, auch das, kein Bock, was du gerade meintest, das würde ich wirklich maximal aufs Optische runterbrechen. Ich sage ja aufs Optische. Was der läuft, ist jedes Spiel. Ja klar, aber der hat so hängende Schultern. Weißt du, Jan Schwarzsch ist ja auch immer so verschieden gewesen und hat aber eigentlich auch, war immer in Top 5 der Kilometer oder so. Jan Schwarzsch hat einen anderen Körperbau. Ich hätte bei Garand das eher auf die Größe geschoben, dass er deswegen vielleicht so ein bisschen schlurfen manchmal wirkt, aber Ja, ja, genau. Ich meine, man kann ja unterschiedlich aussehen und trotzdem die rüberbringen. Ah, gar keinen Bock jetzt diesen Meter zu gehen, aber es sieht nur so aus. Die Statistiken geben es nicht her. Aber deswegen haben halt solche Spieler oft so einen Ruf weg, weil es halt komisch aussieht. Ich hätte auch gerne 16-Tore-Stürmer gehabt oder zwei 16-Tore-Stürmer wie Münster. Das ist einfach verrückt. Wir haben drei 10-Tore-Stürmer, Offensivspieler. Kruter, Vieth und eben Garnhaus. Aber worauf ich noch eingehen wollte bei Stürmern, Hottmann wird mir ein bisschen zu sehr gelobt. Ich fand es auch richtig gut. Ich fand auch, dass der Knoten da geplatzt ist, aber dann kam halt genau die Verletzung. Und ganz ehrlich, ich dachte auch bei Garnhaus, dass in Saarbrücken der Knoten geplatzt ist, wo er zwei Tore macht. Und dann kommen halt wieder fünf Spiele nichts. Und genau das weißt du nicht, ob das bei Hottmann nicht auch passiert will. Ich glaube, er hat uns was gebracht, was uns in der Rückrunde gefehlt hat. Wirklich dieses Ball festmachen und auch mal eine Führung vielleicht damit halten können oder gegen schwierig zu bespielenden Gegner da eben die Bälle festmachen und verteilen. Er hat mir richtig gut gefallen. Aber ich habe halt zu wenig gesehen, um jetzt sagen zu können, der hätte es tausendmal besser gemacht. Wir haben halt den Spielertyp romantisiert, weil wir uns unbedingt jemanden gewünscht hätten, der auch mal den Ball hält vorne. Weil viele Tore sind durch unnötige Ballverluste im Umschaltspiel passiert. Und da hättest du ja einfach mal gewünscht, dass vorne jemand das Tempo rausnimmt, damit hinten so ein Quatsch nicht passiert. Ja, und das ist halt auch wieder das Qualität von einem Bank-Thema. Wenn du als Fan quasi weißt, da wird jetzt einer eingewechselt, der hat die letzten zwei Spiele schon drei Mal getroffen oder nach Einwechslung, da fühlst du dich viel geiler, wenn der jetzt kommt, denkst du, ja, jetzt geht noch was. Und wenn dann jetzt der 16-jährige Max Maier kommt, dann denkst du, cool, der kriegt seine Chance. Aber wenn du halt gerade, keine Ahnung, gegen Dresden 2 nur hinten nixst, denkst du, ja, scheiße, jetzt ist auch schon wurscht. Also da glaubst du halt auch nicht mehr dran. Gerade für Maier zum Beispiel, wird ja auch, glaube ich, ein Riesenspiel gemacht nach Einwechslung. Wenn mich alles täuscht, Bauer sowieso, also für die hat es mich echt gefreut. Aber, sorry, ich brauche ein bisschen Qualität auf der Bank nächstes Jahr, sonst gehe ich da ein. Ich glaube, in der Rückrunde ist allgemein einiges schief gegangen, was wir dann zum Glück in den letzten zwei Spielen einstellen konnten, größtenteils. Vergessen wir jetzt mal die zwei Tore, die Wiesbaden geschossen hat. Nee, aber ich finde tatsächlich, als die letzten Spiele vor Saisonende haben wir uns, wir haben trotzdem nicht viel gewonnen, also nichts gewonnen mehr, glaube ich, aber wir haben uns ein bisschen stabilisiert. Freiburg mal ausgenommen, aber gegen Viktoria Köln und auch gegen Saarbrücken, ich finde, man hat schon, das waren keine guten Spiele. Das System hat wieder einigermaßen von uns. Aber wir haben uns so ein bisschen stabilisiert, das war nötig. Aber die Tatsache, dass du mit Ankündigung wusstest, die Ecke fliegt dir jetzt um die Ohren wieder, das war in der Hinrunde nicht so, ja. Das war in der Hinrunde nicht so, da haben wir die Dinger gemacht oder die Bälle dann vorne festgehalten und haben die zweiten Bälle gekriegt und in der Rückrunde da hast du gedacht, scheiße, wir sind noch bei besser als sein Ruf, Leute. Achso, pardon. Stimmt, wir wollen das ja von unten aufzäumen. Besser als ein Ruf ist tatsächlich nur Gano, also habe ich niemand andere genannt. Aber ich habe auch nicht die ganze Mannschaft der Zielkategorien gesteckt. Ja, ja, es ist schwierig. Was denkt ihr noch, wer ist besser als sein Ruf? Wen haben wir zu sehr verrissen, wenn das ist so. Wen haben wir zu sehr verrissen? Ich habe nur gut über die Spiele ne, da fällt mir auch keiner ein, ja, den ich den ich verzerrissen hätte und der dann aber besser wurde. Na, ne, überhaupt nicht. Ich würde nur die Leistungsträger, da gibt es halt dann einige und viel Licht und Schatten eben und die schlechten. Besser als ein Ruf. Die richtigen positiven Worts habe ich tatsächlich in so Spieler-Raison. Dann nehme ich da Jonas Bauer, weil der hat mir sehr viel Spaß gemacht und den würde ich aber nicht als Top. Warte mal, Spieler der Saison und positivste Überraschung, was natürlich beides so eine Kategorie ist, die klingt nur nach einem Spiel, aber ich habe bei beiden drei Spieler genannt. Also es ist Positiv-Überraschung und Spiel-Raison. Jonas Bauer habe ich in einer Positiv-Überraschung, weil der hat, also wirklich, das hat mich richtig gefreut. Das ist natürlich kein Spieler der Saison, aber der hat einen Riesensprung gemacht und wenn er so weitermacht, glaube ich, dann kann uns der nächstes Jahr viel Freude machen. Ja, dann machen wir die Kategorie weiter, weil dann ist es sinnvoller. Ja. Ja, da habe ich schon wieder jemand doppelt. Ich habe jetzt, ja, natürlich die Positiv-Überraschung meiner Meinung nach und der absolute Publikums-Liebige, glaube ich, am Ende hat das jeder kapiert, ist Rasim Bulic. Also, Rasimir! Ganz ehrlich, wir können meinetwegen Kota, Bräunig und alle anderen Spieler verlieren, aber da weine ich nicht. Weil wenn wir Bulic nächste Saison nicht zur Verfügung haben, weil er doch irgendwo anders hingeht, dann weine ich. weil, also, da habe ich mich richtig verliebt und zwar schon auch wirklich, ja, später zur Winterpause, eigentlich früher schon. Eigentlich schon beim Testspiel, wo war das, in Kam oder so, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja, klar, Startelf ist klar, es steht Geipel neben Feed auf der Acht und da habe ich das Spiel gesehen und habe mir gedacht, ganz ehrlich, den Geipel nimmst du raus, stell den Bulic auf, der kann das, was der Geipel macht, tausendmal besser. Ich bin froh, dass ich kein Trainer bin, diese Doppel-Sechs mit zwei wirklich abräumenden Sechsern, sag ich mal, die viel laufen und sonst, also die defensive Aufgaben übernehmen hauptsächlich, hat gut funktioniert, auch wenn sie uns offensiv ein bisschen eingebremst hat, aber hey, wir sind aufgestiegen, also alles richtig gemacht. Ich habe bei der Podcast-Folge zur Vorbereitung und als ich die Presse-Meldung gesehen habe, ja, genau so einen Kern-Asi brauchen wir gesagt und bei der, bei dem bleibe ich und, also er ist ein liebevoller Kern-Asi, ich habe ihn zum Beispiel nach dem Sobrücken-Spiel noch erlebt, da ist er dann extra nochmal rausgegangen und hat sein, seinen Frankfurt Hauptbahnhof Fanclub Selfies und was weiß ich gemacht, also auch, ja, er passt halt so wie die Faust aufs Auge, er kommt Ghetto rüber, ist aber ein herzlicher Mensch und, und ich glaube, hat auch sehr viele empathische Qualitäten, die er in die Mannschaft einbringt und so jemanden brauchst du in jeder, in jeder Truppe brauchst du einen Bulletsch und wir haben ihn, deswegen halten wir ihn bei, mit allem, was wir haben. Und auch Firebees-Qualität. Das sehe ich eins zu eins auch so. Also was der gefightet hat und am Schluss zugetaped war und wie er sich für geile Abwehraktionen gefeiert hat in brenzlichen Situationen, also wo er mal die Grätsche auspackt und dann das Publikum gleich mitnimmt und ins Publikum reinjubelt, dass wir wieder Gas geben sollen, da bin ich selber im Block standen. Schon geil, genauso ein Brauchser. Genauso Spieler brauchst du, ja, sehe ich auch so. Genau, und du kannst nicht als jeder Spieler das Publikum auffordern, Gas zu geben, sondern dann musst du schon auch vorher. Du musst grätschen. Genau. Es geht nur nach grätschen. Es geht nach Toren und nach grätschen. Und du musst beweisen, dass du dir den Arsch aufreißt, auch wenn du vielleicht spielerisch nicht der Allerbeste bist, aber wenn du immer 110 Prozent gibst und es gibt, glaube ich, in dieser Saison nur drei Spieler, die nicht attestieren würden, dass die immer bei 100 Prozent waren, Bulletsch ist einer davon, dann darfst du sowas auch machen. Genauso wie Wappenküssen oder sowas, ja. Sowas darfst du nur als spezieller Spieler machen und Bulletsch ist einer der wenigen, der dir die Mannschaft die Menge aufpeitschen darf. Ja, gehe ich mit. Und ich glaube auch, weil du gerade meinst, er hat so ein paar Empathische Qualitäten beziehungsweise auch so ein paar Feierqualitäten, sage ich jetzt auch mal, oder auch so eine Lockerheit reinzubringen, da müssen wir verdammt aufpassen. Wir verlieren da ja gerade auch mindestens eine Person mit Conny Faber, der, glaube ich, wirklich der absolute Leader war, was das betrifft. Also ich kann mich erinnern, wir haben eine Auswärtsfahrt gehabt, da bin ich mit der Geschäftsführung auch angereist mit dem Turmfunk und da sind wir, glaube ich, schon einen Tag vorher losgefahren. Ich weiß jetzt nicht, wie das für eine Übernachtungsfahrt das war, mit der halben Geschäftsstelle. Rübeck bestimmt oder so, oder? Nee. War nicht Dresden? War nicht Dresden, die Geschäftsstelle ausfiel? Ja, das war genau, das war die Abfahrt von dem Dresden-Aufsatzspiel. Da sind wir quasi schon am Samstag losgefahren, am Sonntag war erst das Spiel, Sonntagabend. Und da hat die Mannschaft sich auch gerade noch irgendwie im Training-Centrum aufgehalten und die sind, glaube ich, dann auch später gefahren, ich weiß nicht genau. Und dann hat der Conny Farber da die halbe Geschäftsstelle auf dem Parkplatz gesehen vor dem Training-Centrum und ist fast aus dem Fenster gesprungen, oberkörperfrei und hat hier Animationen gemacht für die Leute. Einfach nur, weil er zwei Leute erkannt hat. Die meisten Leute kennt der ja auch nicht davon gesehen. Also da waren ja so Leute wie ich dabei, die jetzt nicht irgendwie jeden Tag auf der Geschäftsstelle rumlaufen. Aber ja, also das habe ich wirklich, ja, ich finde es echt schade, dass er weg ist, aber genau solche, also genau diesen mentalen oder diesen fröhlichen Part, den brauchst du auch und ich glaube, da reicht jetzt auch ein Bulic nicht. Geipel kann das, glaube ich, schon auch so ein bisschen, aber der ist jetzt eher so der Opa fast der Mannschaft, der muss dann eher fast ernste Ratschläge geben wahrscheinlich. Und Geipel und Salah sind dann auch nicht ewig da. Also ich glaube, da müssen wir jetzt beim Kaderplan auch aufschauen, dass wir nicht nur qualitativ, sondern auch so Feier und soziale Qualitäten noch mindestens einen verpflichten, der da Stimmung reinbringt. Hoffentlich. Genau, aber zumindest haben wir jetzt schon, also ich meine, Faber ist da ja auch reingewachsen. Der war nicht letzte Saison so. Und ich meine, jemand wie Bulic hat jetzt auch eine Saison umgenommen, der kann da jetzt auch besser reinwachsen, als er eh schon reingewachsen ist. Also ich sehe da genug Potenzial an Leuten da, die dann neue Spieler an die Hand nehmen und sie dann wieder zum Menzelabend führen. Ja, aber es geht schon darum, also so ein Bulic, der nimmt natürlich die neuen Leute schon ganz anders auf, wenn die kommen. Also das ist schon wichtig, auch so ein Faber, auch so ein Geipel, die sind enorm wichtig, um neue Spieler zum Empfangen. Sala auch nicht so unterschätzt. Sala, ganz klar, also. Aber Geipel und Sala haben halt alle Kinder und sind zehn Jahre älter. Bulic hatte auch Kinder, oder? Der hat doch die ganze Zeit... Der drängt, glaube ich, immer die Kinder von woanders rum, oder? Achso. Ich bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall war der die ganze Zeit mit Kindern unterwegs. Ich habe auch zwischendurch gedacht, dass der Gebhard drei Kinder hat, aber der Typ sieht ja nur aus wie 30, der ist ja noch keiner 30. Sagst du. Da wurde mir, das ist ja gesagt, das Kind, das der Gebhard immer empführt, war eins vom Geipel. Ich weiß nicht, ob es beim Bulic auch so war, aber Geipel hat seine Kinder immer sehr gern ausgeliehen, weil er hatte genug. Aber das meine ich, also Geipel und Sala sind halt schon eher so im Fußballrentneralter langsam oder gehen drauf zu. Und ich glaube, du brauchst da schon auch ein bisschen frischen Wind und Leute, die vielleicht auch nicht als erster heimgehen. Also ich weiß am Tag nach dem Aufstieg, also nach dieser Aufstiegsfeier eben am Abend dann, dass sowohl Geipel als auch Sala sich frühzeitig dann verabschiedet haben. Bulic weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob ich noch gesehen habe, aber es waren schon noch viele Spieler da, aber die beiden... Der ist in Mallorca aufgewacht und weiß nicht wie. Ich weiß aber auch aus guter Quelle, dass der Geipel am selben Tag in der Früh am längsten durchgehalten hat, glaube ich, wenn man das durchhalten nennen kann, aber zumindest am längsten noch wach war. Da gab es ja auch nur Bier, da ist er auch geübt wahrscheinlich. Das ist für mich eben immer ein Mysterium, wie manche Profi-Fuesspoiler, Alex Nanzi, glaube ich, war da auch ganz groß. Es schafft, also wahrscheinlich, weil sie halt ihr ganzes Jahr nichts trinken oder wenig trinken, wie es schaffen sich auf zwei Tage immer so krass abzuschießen, aber trotzdem Profi-Sportler sind und das halt auch wieder aus dem Körper oder aus dem Tagesablauf rausbekommen und dann halt wieder auf Punkt 15 zur Vorbereitung. Das finde ich immer faszinierend. Auf Mallorca wird es ähnlich abgehen, glaube ich, wie im Ratskeller nach der Auflingsfeier. Vermutlich. Da sind manche unter den Tischen durchgekrochen vor ein paar Jahren. Wo war denn die Mannschaft dieses Jahr? Du weißt es doch bestimmt. Ich bin ja schon lange kein Mitarbeiter mehr, ich war nicht dabei, aber ich glaube, es war wieder beim Weltenburger quasi, ist ja auch hier Sponsor, Partner, also über Bischofshof eben, halt im Saal oben drin oder so. Habe ich mir nämlich gedacht, aber das ist dann ein bisschen außerhalb, da bist du nicht gleich in der Stadt drin. Das ist neben dem Dom, aber ja. Ach, der in Bischofhofer. Achso, ich dachte. Weltenburger am Dom. Achso, Entschuldigung. Ja, Herzogsaal, wie das heißt drüber. Achso, ich dachte halt das Neue, wo wir zur Weihnachtsfeier waren. Dann ging es noch in irgendeine Bar, glaube ich, weiß nicht, wie viele da noch dann da waren. Ja, ich bin um fünf daheim gewesen, muss ich sagen. Ja, ich habe es nur mal geschafft. Aber Aufstiegsfeiern wollte ich später reden. Wir sind noch bei positiven Überraschungen oder was? Ja, positive oder positivste Überraschungen. Ich tue mich da jetzt schwer. Ich habe da jetzt Bräunig aufgelistet. Der ist aber auch bei meinen Spielern in der Saison dabei. Der ist auf jeden Fall eine positive Überraschung, aber bei dem will ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das ist für mich eigentlich sogar der Spieler in der Saison gewesen. Nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, weil im Gegensatz zu Cota oder Feet, die da vielleicht auch reinpassen, hat man es bei ihm halt auch nicht erwartet. Bei mir geht es halt immer so ein bisschen um Erwartungshaltung. Ich bin bei Leuten enttäuscht, obwohl sie was leisten, was wer anders leistet, den ich okay finde, weil ich von ihm mehr erwartet habe. Und bei Bräunig, ganz ehrlich, der ist 19 und war meiner Meinung nach dieses Jahr der Abwehrchef. Also offiziell war es vielleicht Ballers, aber die meisten Spiele, ich habe jetzt nicht nachgedacht, die meisten Spiele hat sicher der Bräunig gemacht. Ich weiß nicht, ob er mehr als zwei verpasst hat. Um ihn herum wurde teilweise rotiert und dann hat der Ziegele den Ballers verdrängt, der Ballers den Ziegele zwischendurch, glaube ich, war ein Spieler betroffen an jemanden und verdrängt, aber Bräunig hat gespielt. Also das fand ich beeindruckend. Und in der Rückrunde hat man ihn dann kritisiert. Der war auch da, aber genau das. Aber er war der, der trotzdem da war. Also er war der Beste unter den... Ich verstehe, ich verstehe, was er meint. Ich verstehe, was er meint, weil ein 19-Jährigen, der den Megasprung gemacht hat, da bin ich mal gespannt, ob das der Klub erkennt, dass man den in der zweiten Liga... Ich glaube, der Klub hat das erkannt, aber das nervt mich maßlos, das nervt brutal, dass wir die schlechteste Vertragsverlängerungsklausel der Welt ausgehandelt haben. Ja, aber am Ende geht es halt immer darum, der Spieler muss den Vertrag unterschreiben, auch bei solchen Klauseln. Also so verstehe ich das, aber ganz ehrlich, da bin ich in den Vertrag, du hast im Oktober gesehen, als der Stammspieler ist. Im Oktober hätte der den Vertrag unterschrieben, da bin ich mir sicher. Da hast du wahrscheinlich wieder gewartet, aber sich noch im Februar einen Kreuzbandriss holt, weil dann kannst du das Gehalt sparen. Also ich weiß es nicht, aber ich kriege da wirklich die Krise, weil das ist wie bei Ausschiedsklauseln und irgendwie habe ich das Gefühl, wir stellen uns immer am dümmsten an, aber nein, glaube ich, tun wir gar nicht, wir zahlen bloß am wenigsten oder wollen am wenigsten zahlen und das kommt dann halt bei solchen Fällen auch das gleiche raus. Andere Vereine wie Düsseldorf haben auch richtig Kohle in die Hand genommen, um hier eine Klausel zu ziehen, wohl wissend, dass der Spieler dann halt zwei Monate später zum nächsten Verein wechselt, aber sie machen netto Gewinn damit. Wahrscheinlich wäre es bei uns genauso, Clark hätte für nächstes Jahr, dann kriegen wir halt eine halbe Million bis ganze Million daraus und geben 200.000 plus x an Gehalt und an Klausel aus. Du meinst jetzt Bräunig, ja. Bräunig, Entschuldigung, nicht Brutter. Ja, nee, da bin ich voll bei dir und dann brauche ich ja nicht geranteln. Ja, ich sage, dass ihr zu schnell abgefrühstet habt, dieses Thema. Hast du halt eh noch nicht gerantelt? So richtig nicht? Ja, ich habe ja schon gesagt, auch zum Beispiel, ich meine, politisch ist ja für mich Samstag sehr viel schlecht gelaufen, aber ich kann jetzt dieses Jahr immer sagen, der Jan ist aufgestiegen, ist mir egal. Bei allem, was schlecht läuft, kann ich jetzt immer auf den Jan-Aufstieg verweisen. Ich hoffe, wir müssen nicht die ersten 20 Spieltage nur Niederlagen kassieren, weil dann wird es irgendwann mal der Bonus aufgebraucht sein. Aber bis jetzt bin ich immer noch fröhlich über diesen Aufstieg, weil es seelisch sehr gut getan hat, muss ich auch zugeben. Ich würde gerne zu positiver Überraschung noch was ergänzen. Für mich ganz klar Felix Gebhardt. Der war ja Spiele der Saison. Warst du da überrascht? Spiele der Saison war doch aggig, dachte ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Gebhardt nicht so auf dem Zettel hatte und mich überraschen lassen wollte, weil wir wieder jemanden geholt haben, wo man so ein bisschen so ein Transfer wie Alexander Mayer so gefühlt hat. Aber nachdem wir ihn geholt haben, verstehe ich nicht, wie man ihn nicht auf dem Zettel haben könnte. Er war davor mit 18 irgendwie ein Jahr Stammspieler bei Halle und war glaube ich von den Statistiken her irgendwie der Vierbeste oder hat die drittwenigsten Gegentore kassiert oder sonst irgendwas bei einem Abstiegskandidaten. Also für mich war das war ein richtig krass. Ich verstehe bis heute nicht. Genauso wie ich unsere Klauselpolitik nicht verstehe, verstehe ich nicht, wie wir den spielen. Wahrscheinlich hat er auch wieder eine Rückkaufklausel für drei Butterbrote. Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe nicht, wie die Schweizer, ich weiß nicht mal, welche Schweizer es waren, Basel, den gehen lassen konnten. Weil er ausgeliehen nach Halle ist dann zurück zu Basel und dann haben wir den, glaube ich, relativ billig bekommen. Einen Spieler, der meiner Meinung nach die halbe dritte Liga wahrscheinlich wollte. Hast du jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt? Also ich nicht. Ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich habe keine Liga geschaut letztes Jahr. Hört euch diese Vorbereitungsfolge an. Ich habe gesagt, es fühlt sich so, also der Torwarttransfer schaut sehr, sehr gut aus und der Jan steigt immer auf, wenn wir guten Torhüter haben. Das war mein Hot Take. Nichtsdestotrotz haben wir schon andere Torhüter geholt, die dann nicht performt haben. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich sehe auch in unseren Topspielern, definitiv, ich habe jetzt dafür keine Katerie gehabt, gut, aber nicht besser als erwartet oder sowas. Das gekauft er natürlich auch. Doch schon, weil er charakterlich viel reinbracht hatte, was du davor nicht abschätzen konntest. Aber wie merkst du das, was der Torhüter da charakterlich reinmacht hat? Ganz ehrlich, ich finde, sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Ja, in der Spielbeobachtung auch an Gestik und an Mimik. Ja, wie er versucht hat, ständig am Spiel teilzunehmen, auch in Phasen, wo der Ball weit weg von ihm war. Und wie er sich nach einem Gegentor aufgeregt hat oder nach einer richtig guten Parade dann sofort die Spieler neu dirigiert hat, ohne sich jetzt feiern zu lassen. Und das finde ich schon charakterlich sehr wichtig. Und das, finde ich, bringt nicht jeder mit. Und das konnte ich vor der Saison einfach nicht wissen, ob du genauso diesen Typen hast, der sich in jedem Ball bereit ist, so komplett Opfer zu bringen. und das konntest du nicht wissen. Du konntest wissen, ja, es kommt ein guter Torhüter, der dritte Liga definitiv kann, aber du konntest nicht wissen, dass der so einen großen Einfluss hat. Und wir haben es ja auch dann die Spiele gesehen, wo er weg war. Wie groß sein Einfluss tatsächlich war. Und das konnte ich vor der Saison nicht wissen. Deswegen war es für mich eine sehr positive Überraschung, ohne dass ich sage, das ist jetzt ein Torhüter, natürlich weißt du, wo er war und was er gemacht hat und hast ihn schon mal gesehen, aber in Summe, finde ich, hat er dann noch mehr herausgestochen und wurde zum Entscheider, auch in der Relegation. Ja, ich meine, es waren große Fußstapfen davor mit Urbeck. Es hat sehr weh, dass wir Urbeck verloren haben, weil da hast du richtig gemerkt, dass der Typ, wenn der nochmal einen Sprung macht, nochmal krasser wird. Und er hat ja einen Sprung gemacht. Ist ja in der zweiten Liga auch wahrscheinlich der beste Torhüter. Er wird nächster Stammkeeper von Köln sein und mit denen wahrscheinlich aufsteigen oder zumindest um den Aufstieg mitspielen. Schwierig bei dem mit dem Kader zu sagen, aber das ist wahrscheinlich der beste Keeper der zweiten Liga nächstes Jahr. Ja, klar. Aber ich habe mich über den Transfer Gebhardt gefreut, weil da hat man schon gemerkt, wir haben uns Gedanken gemacht und haben nicht nur, wir haben eine Kombination aus den Erfahrenen und Talent geholt, weil wir hätten ja auch nur ein Talent holen können. Ja, und das ist in der dritten Liga halt schwierig, weil du brauchst wirklich, du brauchst da jemanden, der da dirigieren kann, der da ein bisschen Erfahrung mitbringt, das hat mir richtig gut gefallen, der Transfer. Ich kannte den vorher auch nicht. Ich habe keine dritte Liga geschaut vor letztes Jahr, gar nicht. Aber ich habe mir halt das dann durchgelesen und habe mich über den von mir gedacht, geil, da haben wir einen neuen Stammkeeper. Jetzt so dieses, dieses neben dem Platz oder nee, nicht neben dem Platz, das ist auf dem Platz, dieses nicht auf die Leistung bezogen ist, sondern dieses verbale, ich fand ihn fast zu ruhig. Also das ist glaube ich mein Geschmack. Ich bin eher so, ich finde eher so den Typ Pentke geil. Das rumdirigieren, ja, das kann er definitiv besser als hier Weidinger, aber keine Ahnung, ich fand es einfach, ich fand ihn zu emotionslos manchmal. Die Präsenz, die Präsenz hat er da gehabt. Also die Präsenz war schon brutal und was mich so ein bisschen an Pentke erinnert, bei ihm ist, dass er auch gern auf der Linie bleibt, aber dann brettest dafür. Also rauslaufen finde ich schon, dass er noch Probleme hat. Das kann schon sein, aber obwohl ich nie Angst hatte, wenn er rausläuft, beim Pentke hattest du immer Angst, der holt sich jetzt die rote Karte. Ja, das stimmt. Ja, Pentke hat so ein bisschen das Olli-Karmen-Blut gehabt, glaube ich. Also das ist, das ist vielleicht auch bei mir die Prägung, warum ich so diese draufgängigen Torhüter mehr mag, weil ich halt wirklich so richtig die Olli-Karmen-Prägung damals drin hatte und Jens Lehmann immer scheiß war und Jens Lehmann war der ruhige, also dirigieren können sie beide, waren beide Chefs, aber Jens Lehmann so, glaube ich, war eher so der ruhige und Olli-Karmen war halt der, der mit dem Fuß ins Gesicht springt und ich fand das damals sympathisch. Finde ich auch bei dir, ja. Aber Gebhardt wäre mir, also wäre mir jetzt auch aufgefallen, dass er zumindest sehr gut mit seiner Viererkette immer harmoniert hat und da wenig Quatsch passiert ist, auch mit Rückpässen und sowas. Also das hat eigentlich echt gut funktioniert. Ich kann mich nicht an irgendwas erinnern, wo es mich total aufregt. Und für das Alter. Du musst ja trotzdem sagen, für das Alter. Ja, auch die Spieler denken, dass er älter ist, weil er so aussieht. Ja, also man hört ja gerne auch für fahrene Spieler, wenn man am Platz steht. Man lässt sich ja nicht was von den Jüngeren sagen. Wir haben alle mal in der B-Klasse Fußball gespielt. Der Hausen hat gesagt, die soll endlich aufhören zu sagen, dass der immer über 30 ist, weil sonst kriegt man keine Jugendprämie mehr für ihn. Ach so. Und da finde ich, das ist schon faszinierend, was sich der in kurzer Zeit für ein Vertrauen erarbeitet hat. Ja. Also wenn ich jetzt eine Kategorie hätte, absoluter Top-Spieler, solide Säule, was auch immer, dann würde ich ihn auf jeden Fall reinpacken. Viel mehr habe ich nicht gemacht. Aber wie gesagt, bei mir persönlich war es halt jetzt einfach nicht mehr als erwartet, aber ich kann es voll nachvollziehen bei dir. Mehr als erwartet als Ziegele. Habe ich nicht aufgeschrieben, aber ja, gehe ich voll mit. Wen ich da noch hatte, ganz unten auf der Liste, ist tatsächlich Jonas Bauer. Ja, okay, aber den habe ich vorhin ja schon genannt. Ja, aber von der Differenz, von dem, was man erwartet und was man bekommen hat, war das wahrscheinlich sogar mit das Größte. Ja, dann hast du das Vorbereitungsspiel gegen Augsburg nicht gesehen, da war der ja schon der Beste. Ja, das hat ja keiner gesehen, also doch, es wurde übertragen, aber live hat das ja keiner gesehen, was er unter dem Ausschuss der Öffentlichkeit. Ja, weil du nicht im Discord bist? Ich glaube, ich habe es sogar im Discord gesehen. Ich meine natürlich, weil du kein FC Augsburg-TV-Abo hattest. Ja, genau. Für 2,99 im Monat. Danke an die Kollegen, weil ich finde es schon gut, dass ihr es übertragen habt, weil wir kriegen das ja immer noch nicht hin. Kleiner Kritikpunkt an die Medienabteilung. Ja. Ja, hast du recht. Gut, Entschuldigung. Nee, da hast du wirklich recht. Testspiele mit Turmwunk übertragen oder sowas und mit Bild, das ist eigentlich schon geil, das machen echt viele Vereine mittlerweile. Mal schauen, ob in der zweiten Liga für sowas Geld da ist und ob sich ein Sponsor findet. Die meisten Vereine machen das ja, weil irgendein Sponsor sagt, hey, wir stellen euch da eine Kamera hin. Wenn ihr Testspiele sponsern wollt, kostet das so um die 5.000 Euro. Wir sagen auch einmal euren Namen vom Unternehmen, dann meldet euch bei Hannes Liedl in der Geschäftsstelle und dann kriegt man das hin. Ja, aber um auf Ziele zurückzukommen, gehe ich auch absolut mit. Ich hatte wirklich Sorgen eigentlich in der Innenverteilung vor dieser Saison, weil, wie gesagt, Bräunig habe ich nicht erwartet, dass er Tamspieler ist. Dann Ballas war für mich der umschrittene Chef, aber auch schon etwas älter, nicht, dass er sich verletzt, bla, bla. Bla, wie wir ihn hatten wir auch, dass er immer wieder mal mit Prellungen oder mit Zerrungen für ein, zwei Wochen rausgefallen ist. Bittroff war ich von Anfang an der Meinung, der ist zu alt und zu langsam. Hat er mich in der Rückrunde auch als bessere Blatt. Wenn er mal ihn gebraucht hat, war er da. War nicht oft gefahren. Also, dass man ihn überhaupt reingeschmissen hat, aber da war er da. Aber Ziegele hatte ich eigentlich gar nicht so richtig auf dem Zettel. Ich habe gehofft, dass er quasi vor Bittroff auf diesen zweiten Posten kommt, aber ich konnte es nicht wirklich einschätzen. Und da gehe ich auf jeden Fall mit. Der hat mich positiv überrascht. Das hat er echt gut gemacht. Der war zwischenzeitlich besser als Ballers. Der war dann in der Mitte von der Hinrunde. Unwassbar stark. War der an der Peak. Da hat man gesehen, dann war der gar nicht mehr wegzudenken. Wir haben nur in Dresden gewonnen, weil Ziegele die Spiele davor so krass war, dass er Ballers aus der Startelf verdrängt hat, dass er selbst als Ballers wieder fit war dann in Dresden, nicht starten durfte, ging es an den alten Verein. Und dann war er so pisst, dann wurde er eingewechselt und hat das Tor gemacht. Also, das kannst du nicht ausdenken. Das ist halt wirklich so gewesen. Also, der war wirklich stinksauer, weil er halt unbedingt in seinen Ex-Vereinen gegen den Dresden spielen wollte. Aber Joe Enox hat halt da irgendwie die richtigen Worte gefunden und hat es dann geschafft, dass der da einfach das in Motivation umgesetzt hat. Und klar, dass er das Tor macht, ist natürlich das Ito, aber der war auch verdammt gut. Also, sowohl Ballers als auch Ziegele an dem Tag. Wenn Ziegele nicht immer so viele muskuläre Probleme gehabt hätte, hätte er dann irgendwann auch Stamm gespielt, behaupte ich jetzt mal. Und wenn es dann auch nur teilweise die Linksverteidiger-Position gewesen ist, wie wir es dann gegen Wiesbaden mit ihm probiert haben. Aber ich meine, den konntest du auch jetzt zuletzt nicht mehr rausdenken aus der Mannschaft. Wenn ein Ziegele fit ist und sein Problem ist offensichtlich so ein bisschen die Muskulatur, aber das kriegt man, glaube ich, auch hin. Vor allem der Jan hat das immer ganz gut geschafft mit seinen relativ guten Physios. Also, ich freue mich auf 2. Liga auch mit Ziegele. Ich freue mich auf 2. Liga mit Ballers und Ziegele, aber ganz oben auf dem Einkaufsstand steht für mich, vor allem, weil du wahrscheinlich ja Bräunig nicht halten kannst, wenn du halten kannst, dann streichen wir das, ein gesunder Innenverteidiger, der Stamm spielen kann. Weil wenn Ballers und Ziegele immer wieder sich abwechseln mit ihrem Wehwehchen, dann brauchst du einen, der wirklich da konstant spielt. Du warst ja sowieso einer auf der Position, weil du ja einen Linksfuß da haben möchtest. Ich weiß jetzt nicht, Ziegele, wenn er immer für Ballers gespielt hat, ist es ein Rechtsfuß? Da müsste ich jetzt lügen. Keine Ahnung. Ist Bräunig, ich habe es leider nicht recherchiert, ist Bräunig überhaupt ausgefallen diese Saison? Nee. Haben wir mal mit einem anderen Linken Innenverteidiger gespielt? Wir haben zwischenzeitlich mal mit Dreierkette gespielt. Wir haben zwischenzeitlich mal mit Dreierkette gespielt. Ich glaube, Bräunig war nicht einmal angeschlagen. Ich glaube, Faber hat die meisten Einsatzzeiten, aber dann müsste schon Bräunig kommen. Fun Fact, ich habe Bräunig als Linksverteidiger erwartet vor der Saison. Da habe ich eigentlich gehofft, dass der Stammspieler wird als Linksverteidiger, weil ja unsere Außenverteidiger Schwächen bekannt sind. Ja, vielleicht war das auch so geplant, wenn wir eine bessere Innenverteidiger-Stabilität gehabt hätten oder von der Lastbarkeit, sage ich mal. Ich glaube, Bräunig hat nur einmal wegen einer Gelbsperre gefehlt. Ah ja, Gelbsperre war definitiv. Wäre jetzt mal interessant, wer da linker Innenverteidiger gespielt hat. Ja, weiß ich nicht. So Jahren hört sind wir dann doch nicht. Aber da gab es, glaube ich, tatsächlich die Diskussion. Das war ein Riesen-Politikum, weil eben auch, da soll Linksfuß spielen. Ja, also Schönfelder war es nicht, weil der wird ja eigentlich immer irgendwo hingezogen, damit du einen Linksfuß da hast, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wer es war. Haben wir dann nicht auch teilweise Bittroff, Ballers, Ziegele gespielt und dann eben Dreierkette? Das müsste ich jetzt... Warum in der Dreierkette bist du ja Links und Linksfuß? In der Dreierkette hat fast Bräunig dann immer den linken Part gemacht. Ja, lass mal es sein, bevor wir uns dann noch tiefer in die Scheiße reden. Darf uns ja gerne der Jan-Block oder sonst jemand korrigieren dann. Ja, also waren wir schon bei Überraschungen fertig oder hast du noch eine Überraschung? Ich war fertig mit Überraschungen, aber ihr habt sicher noch mehr. Mir ist das auch nicht alles angefangen. Naja, aber wie gesagt, also für mich ist Skipper keine Überraschung, sondern für mich ist einer der der Top... Also für mich ist er eigentlich der Top-Spieler. Ich nehme den Torhüter, weil du sicherlich irgendeinen Feldspieler nimmst. Ich habe mich eigentlich schon auf Bräunig festgelegt, auch wieder aus Sympathie und aus Unterschied zwischen Potenzial Erwarteten und halt was wirklich war und wegen Konstanz, weil wirklich immer gespielt hat und immer da war. Wenn man jetzt so nach Statistiken geht oder nach diesem klassischen Feldspieler-Denken, dann führt an Cota und Feed kein Weg dran vorbei. Beide zehn Tore geschossen. Cota halt noch so ein bisschen mehr der, ja, wahrscheinlich vom Markt wird wertvollere Spieler, aber Feed als einer der wenigen, die wirklich vom letzten Jahr noch übrig sind, die auch die Scheiße so letzter miterlebt haben, hat mich auch echt gefreut, dass er dieses Jahr unser Dreh- und Angelpunkt war. Du hast auch richtig gemerkt, wenn er fehlt, dann hat auch kein Cota mehr funktioniert so ungefähr. Also Feed war verdammt wichtig für unser Spiel. Das stimmt alles, aber ich finde, die sind halt oft auch untergetaucht und sind dann immer wieder nur zu den guten Spielen aufgetaucht, aber natürlich ist ein Cota, ein Faber und ein Feed besser als Drittliga, aber sie hatten auch nicht diese Leader-Qualitäten oder diese Konstanz, damit ich sie als Topspieler einschätze. Natürlich muss man, natürlich sind das die gehyptesten, ohne die wären wir auch nicht aufgestiegen, ohne Frage, aber ich habe ja vorhin gesagt, drei Spieler haben für mich immer 100 Prozent gegeben und ich muss es auf vier Spieler erweitern, weil ich mich offensichtlich verrechnet habe. Das war Gebhardt, Bräunig, Geipel, Bulic. Das waren für die, die für mich auch in der schlechten Phase ihre Leistung gebracht haben, aber es hat halt nichts gebracht, wenn die anderen sechs um dich rum oder eben fünf, weil Gebhardt so lange verletzt war, dann eben nur 98 oder 95 Prozent gebracht haben und ein Cota und ein Feed und ein Faber hatten Spiele dabei, wo sie eigentlich nur 90 Prozent gebracht haben, weil sie es nicht aus verschiedenen Gründen auf hinbekommen haben. Aber ohne die wären wir niemals aufgestiegen. Klar, aber ich weiß, was du sagen möchtest, sie haben jetzt halt nie ein Spiel allein entschieden. Es gibt ja Spiele, es gibt ja Spiele. Faber hat zum Beispiel schon auch. Faber und Cota hat schon ein Spiel allein entschieden. Fehl zum Beispiel in der Hinrunde. Nee, ich war das Schuldfeld auf Faber. Du meinst, die Spieler, die er gar gedacht hat, die immer alles geben, haben nie allein ein Spiel entschieden. Genau. Das stimmt. Also da, wo man sagt, wenn die Mannschaft schlecht war, waren auch die schlecht, aber Bulic zum Beispiel nicht. Ja. Und ich gehe aber mit dir mit. Ich habe ihn zwar jetzt anderweitig einkategorisiert, aber auch Spieler der Saison ist für mich Gepard. Trotzdem, auch wenn ich ihn jetzt schon unten auch einkategorisiert habe, ich muss beide Kategorien in meinem Fall nehmen. Ich habe ja Bräunig auch bei beiden und ich bleibe wirklich bei Bräunig und lasse halt Cota und Fiet so als Nennungen. Ich verstehe, warum er Gepard da hat. Für mich hat er dafür einfach zu lange gefehlt, aber das kann er auch nichts dafür. Sehe ich schon auch so. Ja, aber das sage ich auch nur, weil ich ein Herz für Toyota habe, natürlich. Was du gesagt hast, bei Cota und Fiet, sonst wären sie, glaube ich, bei mir auch ganz oben auf der Liste. Also vor allem bei Cota. Ich frage mich das schon die ganze Zeit. Ich habe mich da, glaube ich, auch mal wieder meine schlechten Fußball-Sachverstand unter Beweis gestellt, als ich nach dem Aufstieg dann, wir waren da noch ewig im Stadion und inzwischen noch bin ich dann mal noch Richtung Sitzplatz gewandert und habe mit, glaube ich, Simon Leser und irgendjemand anders vom Jan, vielleicht kann ich noch mal wehnen, das war nicht, Hausner, der war da schon längst abgedampft, glaube ich, Richtung Kapine oder sonst irgendwas. Der saß da neben dem Jugendtrainer. Wahrscheinlich mit irgendeinem Jugendtrainer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Simon Leser, der auch beim Verein, ja, ich glaube, relativ knapp unterm Haus noch irgendeine Rolle hat mittlerweile, ich weiß nicht, der wechselt sich ja auch jedes Jahr ab so ein bisschen. Klar, unser bester Spieler und ich glaube, der spielt extra nicht mehr bei uns, aber warum, wirklich meine Aussage und dazu stehe ich, wirkt es immer nach 70 Minuten so, dass du jetzt entweder auswechselst oder du einfach, der einfach 20 Minuten abtaucht. Also, ich habe immer das Gefühl, der ist in manchen Spielen unser wichtigster Mann und Dreh- und Angelpunkt und macht auch Tore und sonst irgendwas, aber teilweise hinten raus ist die Luft raus. Ich weiß, ich kann es mir nicht erklären, ob es einfach Luft ist, ob es Kondition ist, ich glaube nicht, weil in der Hinrunde war das teilweise auch besser oder ob es, einfach nur meine verzerrte Wahrnehmung ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass er zu oft mit sich hadert, wenn er so drei, vier Aktionen drin hat, die schief gehen und dann im Auslanden zum Einwurf, anstatt dass er vorbeikommt und so, dass der dann ewig braucht, bis er wieder sich gefangen hat, von diesen kleinen Rückschlägen zu erholen. Das war so ein bisschen mein Gefühl unter der Saison oft auch. Ich glaube auch eher Kopf. Eher Kopf als alles andere. Weil ich habe halt schon auch das Gefühl gehabt, dass er, ich versuche es gerade neben mir nachzuschauen, dass er sehr oft ausgewechselt war. Also fast jedes Spiel in der 70. konntest du ungefähr die Uhr stellen. Einer der ersten, der geht es an Code, da wurde immer gedacht, ja klar, der hat viel geackert, schön und gut. Also das ist bei vielen Teams ja so, gerade jetzt mit fünf Wechseln, dass du halt auf den Positionen, auf den Flügelpositionen, wo auch viel gelaufen wird, wo du dich auch mal festläufst, also wo du nicht irgendwie so ackerst wie auf der 6. Position, sondern wo du einfach dein Gegenspieler irgendwann mal weißt, was du machst, weil du jedes Mal links vorbeigehst, dass du da mal einen frischen Impuls bringen willst. Dann nimmst du immer die gleichen Spieler runter eigentlich so ungefähr. Naja und du musst halt immer die runternehmen, die sehr viel sprinten, weil Sprinten natürlich viel mehr in die Muskulatur geht, als der defensive Mittelspieler läuft halt 11 Kilometer, aber meistens halt halbwegs konstant, aber der Außenverteidiger oder der Außenstürmer muss da ständig in den Sprint gehen und geh mal in der 80. Minute in den Sprint. Diese Wadenkrämpfe möchtest du manchmal nicht haben, das ist schon krass und das willst du oft auch verhindern, weil wenn du einen Wadenkrampf bekommst, kannst du am Montag auch nicht trainieren, dann sind auch wieder zwei, drei Tage für den Arsch und das weiß das Trainerteam natürlich auch. Also Kota hat von 37 Spielen, die er gespielt hat in der Liga, hat er sieben durchgespielt. War es jetzt schon meine These? Er ist 24 Mal ausgewechselt worden, sechs Mal eingewechselt. Also schon, 24 Mal ist echt oft. Also war nicht nur mein Gefühl. Dein Gefühl ist mal richtig. Aber wie du sagst, man kann es wahrscheinlich auch erklären und wie ich auch gesagt habe, es ist oft so, glaube ich, dass man da einfach am meisten, ja, hier Abnutzung hat während des Spiels. Aber man hat es bei ihm ja auch nie gemerkt, dass er jetzt irgendwie am Boden sitzt, weil er einen Krampf hat oder sowas. Vielleicht haben wir ihn auf gewisse Weise auch ein bisschen geschont, weil wir wussten, wir brauchen ihn nächste Woche wieder. Und wir haben ihn nicht laufen lassen, bis er einen Krampf hat, sondern lieber vorher rausgenommen. Kann auch sein. Wir haben ja tendenziell eher eine sehr gute Belastungssteuerung, auch weil Joe Enix zu Recht vielleicht auch kritisiert wurde, dass vor allem Ende der Saison immer weniger und immer später gewechselt hat. Aber du hast es ja auch gesagt, das sehe ich eindeutig auch an unserer Bank, weil am Anfang der Saison hat er schon auch oft in der 60. Minute und sowas gewechselt, wo die Optionen auch mehr da waren. Und natürlich hast du vielleicht als Trainer auch immer ein bisschen mehr Schiss, dass es schief geht. Vor allem, ich glaube, wenn wir nochmal zur Saison zurückgehen, ich glaube, wir haben jetzt dieses beste Spieler abgehackt, oder? Wenn wir nochmal zu der Rückrunde gehen, weil über die Hinrunde haben wir viel gespielt, aber dieser Sandhausen-Moment, ab dem Moment hat, glaube ich, auch das Trainerteam so ein bisschen Knacks weggehabt, weil du willst nicht das 6-3 einwechseln, die 6-3-Niederlage einwechseln oder sowas. Da gehst du eher auf Nummer Sicherheit, weil du willst nicht der Depp sein am Ende und wenn du dann in so eine Denke verfällst, geht es halt oft auch schief, aber ich kann verstehen, warum es so passiert ist. Aber ich kann mich an das Süß-Baden-Rückspiel erinnern, ich habe mir das nochmal im Turmfunk eben angehört, auch, ich glaube, ich habe vor dem 2-1 schon zehnmal gesagt, jetzt wechseln wir halt jetzt endlich, die sind durch, jetzt wechseln wir, bitte lass uns wechseln. Und da versteift man sich dann auch so ein bisschen drauf, aber ich kann verstehen, warum man nicht in der 70. Minute ein Maier einwechselt oder ein Jonas Bauer in dem Relegations-Rückspiel. Du musst ja auch bedenken, dass immer die Option, wir haben ja, glaube ich, in dem Rückspiel nicht alle Wechsel gezogen. Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja nicht mal Zeitverlust genommen mit Wechseln. Weil ja immer noch die Gefahr bestand, dass du Verlängerung spielst. Ja, ja. Also das kommt dann auch noch dazu. Und dann war es taktisch mal gar nicht so blöd, weil du bist ja eh schon geschwommen quasi, dass du sagst, ich kann zur Verlängerung noch wechseln und ich glaube, Wiesbaden war ja komplett durch schon mit einem Wechseln. Du kannst eigentlich nur die Offensiven auswechseln, weil du willst definitiv nichts verändern, wenn du gerade quasi da am Schwimmen bist. Und genau, das war glaube ich mehr denn je, dass das der Ansatz war gegen Wiesbaden. Ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt, habe aber dann auch gedacht, Moment mal, du führst noch und die Defensive steht einigermaßen. Das könnte in der Verlängerung noch ein entscheidender Faktor werden, weil Wiesbaden war ja schon eigentlich tot. Also Schwimmen ist vielleicht auch der falsche Begriff. Wir haben uns halt zurückgeigelt. Genau, wenn du hinten Scheiße spielst, natürlich wirst du was verändern. Aber es war ja so, dass wir unter Dauerbelagung waren. Es lag ja nicht dran, dass die Verteidiger schlecht waren. Die waren da in dem Moment eingespielt und da musst du es schon lassen. Was ich beim Hinspiel beobachten konnte, also im Gästeblock im Rückspiel, habe ich beim besten Willen nicht auf die Bank geachtet. Aber beim Hinspiel, du siehst ja eigentlich auf der Hans-Richtung Jakob Rümmel immer ganz besser als mit dem Fahnen im Gesicht aufs Spielfeld siehst du meistens hier auf die Bank und da habe ich es wirklich fieberhaft beobachtet, wie Joe Enox den einen ranruft, wechseln will und dann fällt das Tor oder dann passiert das hier und dann wird er wieder weggestellt. Also wir hätten 20 Minuten vorher gewechselt, wenn uns der Spielverlauf halt nicht ein paar Striche in die Rechnung gemacht hat, dann musst du halt auch darauf reagieren oder halt dann eben nicht reagieren. Du kannst nicht auf Unentschieden spielen und noch einen Verteidiger bringen, wenn du das Gegentor kassierst, dann musst du vielleicht doch einen Stürmer bringen und solche Geschichten. Das war wirklich geil. Also im Hinspiel und im Rückspiel ist mir das aufgefallen. Da stand er wie so ein Baseball-Coach da und hat aber irgendwie was mit zwei Fingern gemacht und irgendwas. Ich glaube, da kam so ein bisschen der Baseball-Coach bei Joe Enox durch. Was ich aber auch nicht verstehe, das klassische Fußball-Ding ist, Trikot und umdrehen, da weißt du schon wieder, was wäre gemeint. Ja, aber er hat ja quasi dann auch Positionen wechselnd angezeigt und sowas, meinte ich. Ich glaube, er hat sehr viel In-Game-Coaching gemacht und ich glaube, und das musst du als Mannschaft dann auch immer verstehen mit seinen Fingerzeichen und ja, der Erfolg gibt ihm recht, wenn er natürlich, wenn wir 3-0 abgeschlachtet worden wären, würde ich jetzt da hocken und ihn verarschen damit. Du hast genau in diesen Spielen hast du einen Kota in Topf haben gehabt, den wir die ganze Rückrunde eigentlich sind. Ich glaube, der Kota anscheinend ja auch im Schönfeld, auch wenn der Roman das nicht glaubt. Na, ich habe mich auch über ihn aufgeregt, aber ich habe mich über sehr viele in der ersten Hälfte in Wiesbaden aufgeregt. Faber in Topform. Faber war überragend. Da darf er auch gerne gehen, wenn er uns das Tor im Rückspiel macht, also wirklich da bin ich nicht böse. Er kommt schon viel zusammen, aber wenn wir jetzt schon bei der Relegation sind, was mich mega interessieren würde, versteht ihr die Diskussionen, die es gibt, dass man sich die Handszene, der eigentlich an der Schulter war, anschauen muss und dass der Schubser in Elfmeter war, die regen sich ja immer noch drüber auf. Mich interessiert es jetzt bloß, ich muss die Frage stellen. Ich habe dazu zwei zusammenhängende Meinungen. Die eine ist, ich glaube, also die Szenen, das ganze Spiel habe ich nicht nochmal angeschaut, aber ich habe mir die Highlights angeschaut und auch diese Szenen. Ich glaube, gerade diesen Schubser pfeifen dir zwei von drei Schiedsrichtern in Deutschland. Also der wird als Elfmeter gepfiffen bei zwei Drittel der Schiedsrichter. Die andere Meinung, also die zusätzliche Meinung, die ich habe, ist aber, der Videobeweis ist nicht befugt, da einzugreifen, wenn du gerade diesen einen Schiedsrichter hast, der sagt, ich habe das gesehen, für mich ist das kein Foul. Der stand fünf Meter daneben, der hat es gesehen, der hat es wahrgenommen. Das ist die Definition vom Videobeweis. Der soll bei krassen Fehlentscheidungen eingreifen. Das ist keine Fehlentscheidung. Das war ein Körperkontakt im Strafraum. Das ist das Gleiche, wie wenn du mit der Schulter jemandem wegdrängst. Der eine Schiri sagt so, der andere so. Wenn er selber sagt, ich weiß nicht genau, dann kann er es sich vielleicht nochmal anschauen. Aber er war sich ja sicher und dann darf ich den anderen auch nicht korrigieren. Also deswegen finde ich, das ist korrekt entschieden. Aber wir haben Glück gehabt. Und beim Hand, ja hör mir auf, wahrscheinlich muss man den geben, weil glaube ich am Tag vorher gegen Düsseldorf auch ein ähnlicher gegeben wurde. Aber es waren auch wieder fünf Handzeichen erfüllt, die früher keine Hand waren. Für mich war es auch die Schulter. Für mich war es die Schulter und ich habe nichts anderes erkennen können. Und bis heute sagen sie noch, das war Hand. Also Schulter gehört für mich nicht zur Hand, aber habe ich jetzt einfach mal. Was man meistens zu kurz kommt bei dieser Diskussion ist, also wie gesagt, ich habe das Spiel nicht im TV gesehen, aber mir wurde zugetragen, dass du bei uns in der ersten Halbzeit auch über zwei Meter reden kannst. Und jetzt wird es ja immer auf den zwei Szenen natürlich für Wiesbaden aufgehen, weil du dann die Story erzählen kannst, dass wir hier den Aufstieg geschenkt bekommen haben von den Schiris. Aber es gab ja auch in der anderen Richtung schüttige Szene. Gibt es in jedem Spiel. Und auch da, ich habe keinen Check mitbekommen während dem Spiel. Also da wurde nicht eingegriffen. Ich finde auch, ich habe mich ja bis zu dem Zeitpunkt über den Schiedsrichter aufgeregt, weil ich mich da benachteiligt gefühlt hatte. Aber was natürlich auch... Das nennt man übrigens auch Linie. Ja. Wenn er den Schubser quasi von uns im Strafraum laufen lässt, wenn er davor auch Sachen laufen hat, das ist eine klare Linie letztendlich auch. Genau. Ich habe mich zwar davor ein bisschen aufgeregt, weil dann war er wieder kurz kleinlich und dann war er großzügig und hat uns das nicht gepfiffen. Also er hatte keine Linie. Ja, okay. Sorry. Aber ja, vielleicht war es die Linie 16er Pfeifig, im Strafraum Pfeifig nicht unbedacht. Und aus der Realgeschwindigkeit, als ich es kommentiert habe, hat beides nicht strafwürdig ausgeschaut, weil ich bin gar nicht darauf eingegangen. Wenn du dir anhörst, wie ich das 1-0 kommentiert habe, das 2-1, 2-0 kommentiert habe, dann gehe ich so gut auf dieses Foul gar nicht ein, weil ich es gar nicht richtig wahrgenommen habe, weil das für mich ein kleiner Schubser war und der lässt sich da auch viel zu leicht fallen, macht viel zu viel draus. Wenn er nicht so viel draus macht, pfeift vielleicht der Schiedsrichter. Dass natürlich das Tor dann gleich fällt, ist ungünstig, aber Wiesbaden hat nicht zum Spielen aufgehört. Das ist eine falsche Beschreibung der Tatsache. Die haben zu dritt noch verteidigt. Kota hat halt einfach mal drei Leute aussteigen lassen und dann war es Glück. Als Wiesbaden würde ich auch unfassbar kotzen, wenn wir so abgestiegen wären. Ich würde auch bis heute noch drauf rumreiten. Ganz klar. Aber solche Entscheidungen gibt es ja auch echt öfter. Wir sind so Weltmeister geworden. wegblocken beim Fußball oder so leichter Körperkontakt ist immer irgendwie eine Definitionssache. Es regt mich jedes Mal auf, wenn du quasi dich im Strafraum fallen lässt, wie ein Sack Kartoffeln. Wenn du Verteidiger bist, kriegst du immer einen Freistoß. Einen Elfmeter gibt es dafür fast nie. Es regt mich selber jedes Mal auf, aber es ist einfach nur mal so. Und ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, genau. Und das Ding von Ding habe ich auch nicht so kommentiert, als wäre es irgendwie Hand oder das würde Glück haben, weil für mich in der Realgeschwindigkeit hat es eher so ausgesehen, als würde am Kopf getroffen werden oder so. Auf jeden Fall habe ich das nicht wahrgenommen, dass es vielleicht Handspielen hätte sein können, aber vielleicht war ich auch einfach zu Adrenarien geladen. Und ich habe mir 700 Superzeitlupen angeschaut und das konntest du am Ende nicht auflösen, aber für mich war es die Schulter und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er rausgegangen wäre, hätte er gesagt, die Bilder helfen mir nichts. Von der Situation sieht es aus, wie Hand, von der Situation sieht es aus wie Schulter. Und da sind wir wieder beim Thema, wo sind die Kameras für so ein Schmarrn? Ich kann nicht mit zwei Kameras einen Videoassistenten füttern. Das ist das, was ich immer sage, ja. Beim 2-0 wollte ich nämlich auch noch sagen, aber ich finde es lustig, dass du auf der Presstribüne das gar nicht so wirklich moderiert hast, wie du gerade sagst, also keine Ahnung, ich habe es nicht gehört, aber im Gästeblock, es war am anderen Ende vom Stadion, das war ja wirklich vor dem Wiesbaden-Block, vor dem Tor. Die haben ja auch fast nicht gepfiffen. Nee, aber ich habe mir sofort gedacht, okay, da kommt ein Videobeweis. Okay, dann rennt er davor und ich denke mir, oh krass, wenn wir jetzt ein Tor schießen, das wäre maximal bitter, wenn jetzt ein Videobeweis kommt. Der Ball ist drin, alle freuen sich so. Videobeweis, Zeichen gemacht, oh shit, da kommt noch ein Videobeweis. Da kommt noch ein Videobeweis. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass wir jetzt ein Jahr ohne Videobeweis hatten, man konnte sich richtig freuen. Ich habe mich natürlich auch danach noch sehr über das Tor gefreut, aber ich habe wirklich, ich war da hin und her gerissen, weil ich richtig Schiss hatte, dass uns jetzt quasi die Doppelbestrafung das Tor genommen wird wegen dem Elfmeter. Ich glaube sogar, dass uns das auch noch geholfen hat, dass der noch mal weniger eingreift, wenn dann aus der Situation auch ein Tor fällt, weil das ist ja wirklich, du entscheidest da über eine ganze Saison, das machst du so oder so, egal ob du pfeifst oder nicht pfeifst. Du entscheidest über eine ganze Saison einer Mannschaft, positiv oder negativ. Und wenn du den einen ein Tor nimmst und den anderen ein Fast-Tor mit einem Elfmeter gibst, dann bist du halt der wichtigste Mann am Platz. Klar, wenn es ein klares Foul ist, musst du es machen, aber klares Foul war es für mich nach wie vor nicht. Jetzt haben wir zweimal können wir den Ärger nicht verstehen. Ich kann den Ärger voll und ganz verstehen. Als Spadener-Fan wäre ich total im Achtung. Und wenn wir so gegen Rostock oder Braunschweig oder Kaiserslautern aufgestiegen wären, würden uns Fußball-Deutschland, dann würden wir das Jahrzehnte nach getragen werden, weil es so viele Leute gesehen haben. Aber gegen Wiesbaden interessiert es kein Schwein, weil es interessiert auch niemand, dass Wiesbaden absteigt. Das interessiert auch, glaube ich, Fußball-Deutschland nicht, dass wir aufsteigen. Dieses Duell war für den Rest Fußball-Deutschlands relativ unbedeutend, aber das ist echt ein guter Punkt, weil ich habe ja danach auch so ein paar Kommentarspalten gewesen und hast du richtig gemerkt, so diese kleine Normalo-Bubble, die auf sein einzelnes Spiel geschaut hat ungefähr, die hat sich so ein bisschen pürzt und nach dem Motto, ja, ich bin ja eigentlich neutral, aber hier Regensburg wurde aufgeschenkt, was auch Bullshit ist, aber das war wirklich da teilweise die Meinung. Aber es war halt nur diese kleine Bubble, weil Wiesbaden Bubble gibt es halt quasi nicht, die existiert nicht, die ist tausendmal kleiner als unsere noch und wie du sagst, gegen Rostock, gegen Kaiserslautern, da musst du fast die Frage stellen, traust du dich als Schiri, das da überhaupt so zu machen? Also das ist wirklich, das ist traurig, das so eine Frage zu stellen, aber das ist, da ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Da habe ich auch bei einigen auf YouTube und Instagram kommentiert, die gesagt haben, da haben die Regensburger aber den Schießrichter bestochen und dann denke ich, mit was? Also, wir sind der ärmste Verein und selbst wenn wir 5 Millionen Euro am Konto hätten, wird der Hausner nicht mal 2,50 Euro dafür ausgeben, den Schießrichter zu bestechten. Ich glaube eher, Wiesbaden hat ihm 50 Wasserfilter geboten und er hat schon drei, er braucht keine mehr. Ja, irgend sowas, aber wir sind der letzte Verein, der sich Bestechung leisten kann, also bitteschön, da musst du mit was anderem kommen. Ja. Ja, Matzi, dann ein bisschen Gossip, oder? Wie hast du jetzt den Aufstieg erlebt da? Ich durfte ja nicht live dabei sein, was mich massiv geärgert hat, ich habe die Zeit in Amerika verbracht und bin am Tag des Relegations-Hinspiels bin ich nach Amerika geflogen, was natürlich Höchststrafe ist, da ging mein Flug und ja, also Flugangst komplett überwunden, weil ich die ganze Zeit im Kopf beim Jan war und ich war eine Stunde gelandet und dann ging das Spiel los. Also ich musste mich richtig beeilen und du hast natürlich dann schon so eine enorme, so einen enormen Druck, weil du musst durch die Border Control und die dauert ein bisschen, bis du dann genehmigt bekommst, überhaupt die Staaten zu betreten und ich musste dann schnell ins Hotel. Ich habe es aber hinbekommen in Chicago, da bin ich sehr dankbar dafür, habe mich aber dann gleich wieder geärgert, nachdem wir nach 1-0-Führung binnen kürzester Zeit 2-1 in Rückstand gegangen sind und war dann tatsächlich auch so ein bisschen bockig und habe so innerlich schon ein bisschen damit abgeschlossen mit der Relegation, so nach dem Motto, du bist im Urlaub, tut er das jetzt bloß nicht an, dass du im Urlaub dann dir noch die Laune verderben lässt und dann kam noch dieses Wundertor von Cota zum 2-2, den triffst du ja auch nicht jeden Tag. Das konnte ich dann noch sehen und das Rückspiel, da waren wir gerade unterwegs, da war ich dann, habe versucht, so emotionslos, wie es nur geht, in Amerika, in einem Burgerladen, mir den Livestream hertun zu lassen von meinem Kumpel und habe dann das Spiel gesehen und habe tatsächlich in der ersten Halbzeit war ich so einigermaßen emotionsbefreit, weil ich wusste, ich muss mich zusammenreißen und dann war es tatsächlich so, dass kurz vor der Halbzeit das Tor von Cota gefallen ist, das Kopfballtor und dann bin ich aufgesprungen, ich konnte es nicht halten in mir, habe ganz laut geschrien und zehnmal mit voller Wucht gegen den Tisch kauen beim 1-0. Da hat mich dann wieder dieser Jahnfluch gehabt, dass ich halt doch mit Emotionen zu 100% dabei sein muss und ich durfte mich dann viermal entschuldigen bei der Bedienung, weil alle erschrocken waren und wurde tatsächlich, wurde mir geraten, die Bar besser zu verlassen, wenn ich Fußball schauen möchte und bin dann tatsächlich in die Wohnung wieder hoch und ja, habe dann den Krimi erlebt. Also Erd hat mir dann auch noch so seine Watch-Rang getan, wo man Puls und alles messen kann. Also er war bei 160 tatsächlich, also 160 mal Ruhe-Puls, während ich das Spiel geguckt habe, also vor allem die letzten sieben Minuten. Die fand ich erstaunlich gechillt eigentlich. Ich gar nicht. Da ist nicht mehr viel passiert irgendwie. Da gab es doch noch eine in der 94. Ja, da gab es die krasse Chance, wo sie sich dann auch nur selber anschießen und selber verhindern, dass sie den Ausgleich machen und ich glaube, da war ich auf 180 tatsächlich vom Puls, weil ich war davor schon auf 170 und es war einfach so eine Erleichterung, dass als dann der Abpfiff kam, ich habe den Abend dann sehr genossen, bin feiern gegangen in Amerika, also das Spiel war vorbei, vier Uhr nachmittags in Amerika, vier Uhr dreißig. Hast du dann ein ekliges Bier getrunken? Nee, die können auch tatsächlich Bier dort, wo ich war, also war nicht das Schlechteste, was ich jemals getrunken habe, also kriege ich im Moment ein Schlechteres. Und ja, habe den Aufstieg gefeiert, habe mich gefreut und habe mir natürlich viel Input dann aus Regensburg schicken lassen. Ich muss natürlich auch einige Anekdoten loslassen, wenn es schon ums Aufstieg geht. Chapeau eben an den Jahren, da gab es wieder diesen Geschäftsstellenbus, hat sehr viel Spaß gemacht, Olli Hain war dabei, kultiger Typ, auch im privaten Leben, muss ich sagen. Ja, hat einige auch Anekdoten aus dem KSC-Aufstieg und sowas gebracht, hat sehr viel Spaß gemacht, da so Mäuschen auch wieder zu spielen. Die Stimmung war generell eigentlich fantastisch, ja, also das hat mich dann auch so ein bisschen gehypt, weil ich war eigentlich auch ja der, der gar keinen Bock auf Wiesbaden jetzt, aber nach dem Cota-Tor war ich dann auch schon wieder ein bisschen mehr hypt. Also das 2-2 war auch für meine Stimmung unfassbar wichtig, dass der das noch gemacht hat und in Wiesbaden wurde es dann auch immer mehr deshalb, weil man muss wirklich sagen, fantastische Stimmung des Auswärtsmobs, schon eine halbe Stunde vor Spielbeginn war da die Hölle los und wurde da eingeheizt beim Aufwärmen und ich glaube auch, dass das auch ein kleiner Sprung auf die Mannschaft übergegeben hat, weil, keine Ahnung, weil jeder hatte glaube ich so dieses unsichere Gefühl, ist der Hype da, ist der Hype nicht da und dann warst du in dem Stadion und wir waren die einzigen, die zu hören sind und wirklich gute Stimmung. Das muss ich auch sagen, ich war ja, sorry, dass ich dich unterbreche, du kannst gleich weitererzählen, ich war ja total skeptisch, ich war total verunsichert durch die Rückrunde, das war ja das, was ich gesagt habe, dass bei anderen Mannschaften, die haben einen Aufwärtstrend, werden einen Negativtrend und haben es mit Negativtrend in die Relegation geschafft und dann nach so dem 1-0 und dann war gleich der Hype zerpfiff, dann dachte ich mir, fuck, wir könnten tatsächlich aufsteigen und dann ist so bei mir auch extrem dieser Hype kommen, wo ich gedacht habe, fuck, was passiert hier jetzt eigentlich? Da kann jetzt wirklich was, es kann jetzt passieren plötzlich und da war ich echt sehr skeptisch, weil ich nicht wie es Baden einschätzen konnte, die ist meine schlechteste Heimmannschaft, aber heißt ja in der Relegation nichts und ich konnte sie halt nicht einschätzen, wie sie in so einem Alles-oder-nicht-Spiel performen und wie wir mit dem Druck umgehen und das war bis zu halt, das war brutal. Ja und vor allem war ich dann eh erstmal angepisst, weil ich finde, du parkst irgendwo ganz woanders, dann weißt du nicht, wo du rein musst, die Akkreditierung, ich glaube das erste Mal seit 10 Jahren Turmfunk durften wir nicht in den Presseraum und da habe ich mir nämlich auch schon gedacht, kein kostenloses Essen. Ja, erstens das und dann zweitens habe ich mir gedacht, ihr Wichser, ich will doch bei der Pressekonferenz dabei sein, wenn der Joe Enochs ja mit Bier überschüttet wird, aber das ist wahrscheinlich anscheinend gar nicht passiert, ja, deswegen und ich wäre auch nicht rübergekommen in der Zeit, aber es war dann eh geiler, oben den Aufstieg mitzuerleben, wie die Mannschaft und die Fans feiern, vor allem muss man auch wie Spaden Danke sagen, dass wir so lange im Stadion bleiben durften und da sind einige kultigen Sachen passiert, vor allem auch Leute, die nicht gerade so viel beigetragen haben, haben glaube ich auch am meisten mitgefeiert, also Calvin Onoikwe war glaube ich das Feuerbeast, habe gehört, er hat sogar teilweise, er hat auch kurz mal sein Handy auf dem Rasen verloren. Ja, auch Chuck hat auch glaube ich zwischen noch ein Bengalo in der Hand gehabt, also Chuck ist mit, er hat sich so eine Maske von dem Ultra geschnappt und ist damit in die Kabine, wo ich gedacht habe, der wird doch sicher von dem Ordner aufgehalten. Ich habe auch ein fettes Selfie mit Sturmhauer gemacht. Ja, genau, Sturmhauer will war es. Ja, hat total viel Spaß gemacht und eine Anekdote muss ich loswerden, ich hoffe, sie ist einigermaßen witzig, aber dir müsste sie gefallen. Hinter uns stand die Polizei 90 Minuten lang und hat in die Blogs reingefilmt. Es gab einen Polizisten für den Wiesbaden-Blog und einen Polizisten, der in den Jahn-Blog reingefilmt hat. Der stand hinter mir und ich habe den auch immer so ein bisschen mitbeobachtet, der war jung, keine Ahnung, erstes Jahr wahrscheinlich oder so und dann war ja die Geschichte Abpfiff und dann kamen die fünf Jungs aus Wiesbaden die den Platzsturm versucht haben und da war es dann wohl so, dass die dann ja zurückgedrängt wurden beziehungsweise freiwillig zurückgegangen sind, aber da war dann die Tür noch offen bei dem Blog in Wiesbaden und da haben sie wohl den Ordner verletzt und dann ist ja die Polizei gekommen, hat Trängras reingesprüht und hat die Tür wieder zugemacht. Und die, ja, und dann kam irgendwann mal, weil der Typ von Wiesbaden, der Polizist, muss man dazu sagen, der das gefilmt hat, der war, ist vorher schon runterbeordert worden, anscheinend, zur Verstärkung und dann war nur noch unser Regensburg-Polizist da und ich hab den beobachtet, der hat die ganze Zeit die Feierei gefilmt, aber nicht den Polizeieinsatz von drüben bei Wiesbaden. Und dann kommt er vorgesetzt da hoch und sagt, ja, wäre gut, wenn du die Körperverletzung gefilmt hättest. Und dann denke ich mir so, ja, du, du Nulpe, du hast kein einziges Mal darüber gefilmt, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Und er so, ja, muss ich mal schauen, ich glaub schon. Und dann hat er so flanlegen in seine Videoaufnahmen geguckt und hat dann zugeben müssen, ja, hab ich nicht, tut mir leid, super geil. Ich werde bei einer explodiert vor Lachen. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, weil ich find die Geschichte, die hat's auch verdient, auf 89 FM zu sein. Aber der Guli hat mir diese Geschichte auf der Aufstiegsfeier erzählt. Anders erzählt. Und ich glaub, du hast mir zwei Stunden später mit Trunken auch nochmal erzählt. Also ich hab's die schon zweimal gehört, aber ich find's eine gute Geschichte, deswegen... Darf sie gerne auf dem Podcast sein. Stimmt, sorry. Ich weiß nicht, wenn wir nichts erzählt haben. Und mich, und manche haben ja die Geschichte nicht bis zum Ende gehört, weil wir immer so in der Feierei waren. Aufstiegsfeier, wenn wir schon dabei sind, fand ich dieses Mal eigentlich fast cooler als die letzten Male. Haben sie auch organisatorisch besser hinbekommen, ist vielleicht ein bisschen zu früh gewesen mit 16 Uhr. Aber Freibier ist nicht nach drei Sekunden ausgegangen, die Mannschaft war wirklich in Feierlaune. Also ich bin echt kein Freund von diesem Fahrplatz, oder nee, Halbplatz-Aufstiegsfeiern. Aber es war, glaube ich, die beste seit langem. Gut, wir sind auch lange nicht mehr aufgestiegen, weil wir lange nicht abgestiegen sind. Aber die letzten zwei davor waren halt ein bisschen im Schatten von irgendwie Polizeieinsätzen und sonst irgendwas mit ewig viel USK. Es war auch diesmal wieder viel Polizei da, aber kein USK. Also ich hab zumindest keinst gesehen. Es gab auch keine massiven Vollkontrollen, dass irgendwie Leute wirklich, also jeden, der irgendwie nach Szene aussah, rausgezogen haben und bis auf die Unterhosen gefilzt. Klar, bei diesem einen Aufstieg gab's eine Vorgeschichte am Abend vorher, dass da Zusammenstöße zwischen Polizei und Fans gab. Also es war eine unmittelbare Reaktion mehr oder weniger, dass da alles aufgefahren wurde, was es gab. Aber es ist schön, dass sich das auf acht Jahre oder sowas wieder beruhigt hat und dass es einigermaßen ohne Polizei oder mit ganzem Hintergrund Polizei gefeiert werden konnte. Von der Bühne her oder vom Bühnenprogramm finde ich nach wie vor, dass das ziemlich ein Mist ist. Es waren ein paar lustige Sachen dabei, das definitiv, dass sowas geht schon und generell Spieler mit einem großen Bierkrug in der Hand sehe ich lieber da als auf der Duld. Also das macht mir sogar mehr Spaß. Was ich halt nicht brauche, ist die ewigen Moderation von unserem Stadelsprecher. Ich mag ihn grundsätzlich ganz gerne, aber ich finde da, es hat überhaupt nicht gepasst an diesem Tag. Was da teilweise kam, da hätte es einfach den Spielern das Mikro geben können und es wäre besser funktioniert. Das mit dem DJ hat überhaupt nicht gepasst meiner Meinung nach, also was der da teilweise für Mist aufgelegt hat auch. Hey, das waren die jeweiligen Lieder der jeweiligen Leute. Also das haben die sich ja auch ausgesucht. Ne, der hat ja davor schon eine halbe Stunde und dann kam Joe Enox und dann kam irgendein Saufi-Saufi-Malle-Ding zum Einlauf von Joe Enox qua. Das war richtig, ich fand das richtig schlimm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es aus der Mannschaft kommt, weil die, hast du jemals nach dem Abpfiff neben der Kabine gestanden, was da gespielt wird? Natürlich, das ist in jeder Fußballmannschaft ungefähr gleich, aber ja, also ich fand es generell so vom... Der Philipp hat lieber mit Bach gefeiert. Also sie wollten gar nicht sagen, also dieses Saufi-Saufi-Ding, das ist aber bei mir privat schon ganz weit oben. Ja, auch. Das hat ja nichts im Moment gepasst. Was hat der Mann jetzt zum Zähneputz? Ja, richtig. Da hat sich einfach einer hingestellt, so wie vor der EM-Öffnungsfeier auf den Knopf gedrückt und hier die Malotze-Playlist gestartet. Und das fand ich dann halt stellenweise ein bisschen unpassend. Der Gesamtrahmen, wie gesagt, die Spieler haben es dann gut gemacht. Also die Spieler haben es richtig gut gemacht, man hat gemerkt, die haben da Spaß. Obwohl manche, glaube ich, nicht geschlafen haben, aber weh geschlafen haben, das hat wirklich... Die hatten da schon Bock da zu sein und zu feiern. Aber wenn das so aufgesetzt ist und so ein Pflichttermin wie... Ja, ein Duld. Dann ist das ja auch Bullshit. Aber so fand ich es schon gut. Ich glaube, du kannst es kaum besser machen. Also das... Nicht, dass es so gut war, dass du es kaum besser machen kannst, sondern ich habe jetzt zwar ein bisschen kritisiert, aber ich glaube ganz ehrlich, das gehört dazu und ich sehe jetzt nicht, wie man als Profi-Verein das groß anders aufziehen könnte. Es war ein Fanshop-Wagen da, wo die Schlangen ewig lang waren. Ich glaube, die Aufstiegsschwörter waren relativ schnell ausverkauft. Das hat super funktioniert. Dann war das Freibier, wie du gesagt hast, das hat auch lang genug gehalten. Also das war auch echt positiv, muss man schon sagen. Danke am Bischofshof da. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Ja, man kann auch den Podcast mit ein paar Kästen Bier sponsern. Zwinker, zwinker. Ja. Aber nicht mit der Dose. Aber wenn das kommt, dann shoppe ich mal Steady's Bierspende. Das kann ich auch nicht sagen. Man kann übrigens auch hier den Podcast eine Bierspende über Steady hier überweisen. Mach ich auch, weil ich trinke es ja. Das macht der Philipp auch, weil der ist nämlich so ein schlechter Gast, dass der zahlen muss, dass er in den Podcast darf. Kann ich euch immer erzählen. Ich habe, glaube ich, ich mache das jetzt doch auch schon drei oder vier Jahre mit diesem Podcast als Gast und ich habe ungefähr jede zweite Folge mich beim Robert entschuldigt. Jetzt bin ich wieder mit dem Fahrrad. Jetzt habe ich wieder kein Bier dabei. Jetzt trinke ich dir wieder dein Bier weg. Ich weiß doch, dass du so selten Bier im Haus hast. Das ist gelogen. Aber das habe ich mich immer schlecht gefühlt. Und seit ich es nicht wenn wir mal die Zeit haben, zusammen ins Jahnstadion und schaut sich natürlich jedes Jahn-Spiel an. Und das war tatsächlich die erste Aufstiegsfeier, wo er hingegangen ist. Er sagt einem Papa, tut mir leid, ich habe nur ganz kurz mit ihm gesprochen und dann war es irgendwie komisch, weil dann so eine komische Stelle war und dann habe ich mich umgedreht und dann war er wieder weg. Du hast mit meinem Papa gesprochen. Ja, ja. War das erste Mal auf der Aufstiegsfeier. Der war, glaube ich, komplett, was da jetzt hat alles passiert. Aber ich meine, der hat sich über jeden Aufstieg freut. Der war auch gegen 60 im Stadion in München dabei und alles. Aber das verdeutlicht, wie besonders der Aufstieg ist und wie sehr sich die Leute noch mehr gefreut haben, weil sie noch weniger vielleicht damit gerechnet haben, dass das jetzt noch passieren kann. Also, weil du auch vor der Saison nicht damit gerechnet hast, dass wir überhaupt aufsteigen und das finde ich eigentlich recht gut. Ich glaube auch, der Aufstieg hat die Stadt wieder mit dem Verein versöhnt, so ein bisschen, finde ich. Und es hat, glaube ich, auch gleich wieder eine neue Zielgruppe erschlossen. Ich habe da sehr viele gesehen mit einem sehr frischen Jan-Trikot und ich glaube, unsere Normalo-Base, die ins Stadion geht, wird sich wieder erhöhen und es waren sehr viele Leute da, die sich halt einfach wirklich gefreut haben und wo man auch gesehen hat, denen ist auch eine Last vom Schulter gefallen und war auch zum Beispiel ganz cool. Also, für mich war es sehr geil. Ich muss wirklich sagen, danke auch an alle. Ich wurde unfassbar viel erkannt, als wäre ich Teil der Mannschaft, teilweise. Markus Ziereis ist auf mich zurückgekommen, Mark Leis ist sofort mir in die Arme gefallen, als er mich gesehen hat. Sowas macht unfassbar Spaß und das ist dann auch so, wo man dann sagt, okay, da wird die Jan-Familie wieder so ein bisschen gelebt, aber natürlich habe ich eine andere Erfahrung, weil ich halt mittlerweile auch erkannt werde, aber es macht viel Spaß, dass viele auch herkommen und sagen, euer Podcast ist super, Turmfuck ist super, also dieses Feedback tat gut. Mark Leis war aber auch echt eine lustige Geschichte, weil, wie jeder weiß, war der nicht Teil unserer Mannschaft, lustigerweise, manche werden es wissen, sein letzter Verein war der SVW in Wiesbaden auch noch dazu. Aber ich glaube, der hat sich hier so wohlgefühlt. Der hat sich hier so wohlgefühlt, er hat halt unbedingt mit dem Andi Geipel feiern, hat sich mit dem, glaube ich, auch auf ein, zwei Bier getroffen, am Bischofshof stand dann noch während der Aufstiegsfeier, dann als die Mannschaft, ich habe es mitbekommen, weil Bekannte von mir tatsächlich dann im Weltenburger Biergarten mit ihm saßen, drei Stunden lang, während die Mannschaft oben da im Saal gefeiert hat, weil da durfte er noch nicht mit rein, wie wir alle ja auch nicht, aber war danach eben auch noch mit dabei beim Weggehen und ich glaube, Mark Leis war einer, der von denen ja das Letztes im Bett gewesen ist, wahrscheinlich, weil er ja auch eben nicht die harte Nacht davor hatte wie unsere Spieler und die Fans, aber trotzdem, ja, man hat schon gemerkt, der fand es halt hier damals auch geil mit uns aufzusteigen, wusste, dass es eine geile Feier wird und hat gemeint, ja, da schließe ich mich mal an, also fand ich eigentlich schon ganz cool. Ja, ich glaube, Mark Leis hätte auch genug Expertise, um bei TVA dieses Blitzlicht zu moderieren. Er kennt sich ja ein paar Storys auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe da zur Aufstiegsfeier, ich habe natürlich da war ich noch in den USA, ich habe einfach nur Videos bekommen. Meine Eltern, meine Mutter war ja auch auf dieser Aufstiegsfeier dabei, die Jan interessiert ist, aber jetzt hat vielleicht nicht jedes Spielsicht. Aber sie ist extra für dich hin, damit der Bub das auch mit einem Freibier mit daneben ist. mein Papa, der wollte schon unbedingt hin und ich glaube, das ist auch ohne Freibier. Insgesamt eine feine Sache, auch was man an den Fotos so von den alten Gesichtern gesehen hat. Ich habe sie mir dann, der Jan hat ja die Aufstiegsfeier dann auch nochmal hochgeladen, hatten die Contest die dann auch nochmal anschauen. Müsste ich mich jetzt stark täuschen. Ich glaube, auf YouTube ist die dann, bin ich mir sicher, dass die nochmal hochgeladen, ja, dass die nochmal hochgeladen wurde, die komplette Aufstiegsfeier. Das müsste ich jetzt geträumt haben, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte. Also das habe ich dann gesehen. Und ja, tolle Sache. Und das nach einer harten Rückrunde mit Schicksalsschlag und was nicht alles dazugehört. Die Mannschaft musste dann auch viel einstecken, hatte viel Druck nach einer Hinrunde, wo sie überperformt haben. Und ja, dann in den entscheidenden zwei Spielen, wir hatten, es war wahrscheinlich noch nie so leicht aufzusteigen. Direkt. Direkt geht aber irgendwie nie. Das ärgert mich eigentlich am meisten, weil immer... Echt? Jetzt haben wir nochmal 300.000 oder sowas durch dieses Aufstiegsfeier Meister werden. Es kostet dich halt immer ein Lebensjahr. So eine Relegation kostet dich ein Lebensjahr. Da tun wir nichts dran weg. Aber als du gesagt hast, du willst Meister werden in der Winterpause, habe ich mir angeschaut, was man da für so einen hässlichen Pokal bekommt. Da habe ich mir gedacht, ja, dem... Ja, aber es ist besser als der Totepokal. Was anders haben wir nicht. Meister Regionalliga Bayern. Aber was ich noch sagen wollte, weil... Riefkopf. Weil wir jetzt jetzt... Ist zwar ein bisschen jetzt von dem Thema Aufstiegsfeier raus, aber weil du gesagt hast, Robert, dass du viele neue Gesichter gesehen hast mit einem neuen Jantrikot. Also ich glaube, unsere Auswärtsfahrerszene, also unser Durchschnitt war über 700 bei den Auswärtsspielen. Ja, Platz 8 oder so. Das ist vielleicht schon... Ist vielleicht schon eine Hausnummer. Also wir sind vielleicht dann doch nicht mehr so klein, wie wir uns dann oft noch reden. Das heißt, nächste Saison Schalke voll machen. Ja, eben. Nächster Saison spielen wir halt... Also klar, nächster Saison... Das sind auch alles Publikusmanekten, wo viele mitfahren, aber trotzdem, nächster Saison spielen wir halt in der Liga mit Hertha, Schalke, Köln, HSV. Und ich kann noch drei weitere nennen, die mir jetzt gar nicht einfangen. Und ich glaube, bei HSV waren auch so knapp tausend dabei und es sah aus, als wäre es leer. Mir geht es nicht darum, dass da viele mitfahren. Mir geht es darum, da können wir dann nicht mehr großen Max machen und sagen, hey, so viel weniger Auswärtsfahrer haben wir gar nicht. Doch haben wir. In der zweiten Liga haben wir wieder verdammt wenige. In der dritten Liga kann man schon mit mir sagen, ganz ehrlich, wir sagen ja eigentlich auch immer, schauen wir, wie wir herkommen und wahrscheinlich ist da ja so vom, nach wie vor von der Infrastruktur vielleicht sogar ein guter Drittliga-Klub. Und ja, mittlerweile sind wir auch zuschauertechnisch wahrscheinlich ein guter Drittliga-Klub. Das war auch nicht immer so. Aber du hast recht, ja, weil ich habe vorher im Discord gesagt, wir schaffen locker die 500 dieses Jahr und da wurde ich sehr viel widersprochen, dass das sehr schwierig wird. Die Win-Runde war halt extrem. Da hast du wirklich gemerkt, da war, das was du meinst, da fand ich eigentlich den Zulauf am meisten, auch vor allem gerade an jungen Leuten. Dann hast du Glück gehabt im Wetter bei manchen Auswärtsfahrten. Dann hast du so Auswärtsspiele gehabt wie Sonntagabend in Dresden, und das eigentlich eine scheiß Auswärtsfahrer-Uhrzeit ist, 1930, aber es war halt Sonntagabend im Herbst, es war glaube ich sogar nass Schnee. Es war Schnee, es war Winter. Aber trotzdem, es war Spitzenspiel, erster gegen zweiter und wie viele Familien, Eltern mit ihren Kindern da hingefahren haben. Da haben sie sich noch schön Dresden angeschaut. Ich glaube, es war sogar Christkindlmarkt. Nee, der war eine Woche später erst. Aber es waren schon Stände. Ich habe Stände gesehen in der Innenstadt. Ich habe meinen Glühwein gekauft. Dann war es aber auch nicht Herbst. Egal. Ja, es war November. Nee. Was ich damit sagen will, es ist trotzdem richtig geil und es hat ja auch nicht abgerissen, obwohl es in der Rückrunde komplett beschissen lief. Sorry für den Ausdruck. Und das muss man ja auch von der Seite sehen. Es hat nicht komplett abgerissen. Es hat nicht abgerissen, aber das ist das, was du eingangs mal gesagt hast. Wenn wir das andersrum gestaltet hätten und erst die Scheiß-Serie gespielt hätten und dann den richtigen Lauf in der Rückrunde gehabt hätten und diese Aufschichtsurferie. Du hast gesehen, ich habe Bilder gesehen, wie zum Beispiel Essen, die ja auch zwischendurch dann oben mitgespielt haben und gehofft haben, Relegation zumindest zu schaffen, in Sandhausen alles vollgemacht haben, wie, was eine weitere Strecke ist, also von uns nach Sandhausen wohlgemerkt, wie Ulm logischerweise unterwegs war, wie Münster unterwegs war. Diese Aufstiegseuphorie, wir waren die ganze Zeit erster, zweiter, dritter, aber das gab es bei uns halt nicht. Bei uns kamen dann die, erstens die weiten Auslärtsfahrten nach Lübeck oder so Spiele wie in Mannheim, wo du dann auch schon ein paar Spiele davor verloren hast, wo irgendwie keiner so recht wusste, die Zahlen waren okay, die waren besser, als wir jemals dort waren. Aber Münster hätten wir vollgemacht, wenn wir... Münster hätten wir Rappel vollgemacht und also das wäre wirklich, das hat mir richtig wehgetan, dass wir da diese Euphorie nicht hatten und die anderen hatten sie eben schon, weil das hätte unsere Zahlen noch viel mehr verbreitet. Das ist das Spiel der Rückrunde übrigens, Münster. Ja, das stimmt ja und aber ich muss sagen, Respekt, Ulm hätte ich niemals gedacht, dass das so viele sind und da hätte es, also ich war ein bisschen außerhalb, eher außerhalb, also links neben der Treppe gestanden, rechts waren die Ultras. Selbst da war es eng, also nur die ganz Außendinger waren ein bisschen, also da hätten noch 200 Leute reingepasst. Freiburg und Köln war von der Zahl her auch gut, aber ganz ehrlich, wenn wir Lauf haben, kommt das Doppelte so ungefähr. Also gerade bei Freiburg kannst du ja wirklich, da kannst du ja aussuchen, wo du hin willst, da ist ja nichts. Da geht viel rein in das Stadion, da wurde Bundesliga gespielt im Stadion. Weil du jetzt gerade noch unsere Zweitliga-Gegner angesprochen hast und will ich jetzt mal die Brücke schlagen. Klar, nimmst du finanziell, musst du die Zweite Liga mitnehmen, wenn du die Möglichkeit hast, aufzusteigen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Dritte und die Zweite Liga jetzt anschaue, will der dann eigentlich noch in der Ersten spielen. Ja, das ist doch unfassbar. Das ist doch unfassbar. Zweite Liga hört sich schon sehr geil an. Ja, also ganz ehrlich, da zieht die Erste Liga nicht so wie die Zweite. Die werden vielleicht auch mehr Zuschauer haben am Ende der Saison vom Schnitt als die Erste Liga. War ja vielleicht, weil wir und Elversberger auch drin sind. Und an einzelnen Spieltagen ja, das war auch letzte Saison schon so. Und wenn halt die Richtigen gerade zu Hause spielen und in der Ersten Liga halt auch die Richtigen zu Hause spielen. Aber du darfst nicht vergessen, wir haben nach wie vor Vereine mit 80.000er-Stadion in der Ersten Liga. Ja, das stimmt auch. Die fast jedes Spiel voll sind in München und in Dortmund, glaube ich. Das alleine, da kriegst du sechsmal uns rein, so ungefähr. Also in einen davon. Ja, das stimmt auch. Also weißt schon, das kriegst du, also über die Saison hinweg kriegst du auf keinen Fall diesen Schnitt hin, glaube ich. Und der Aufstieg. Du musst halt Dortmund auch noch absteigen. Ja, und der Aufstieg in diesem Jahr war so wichtig, weil ich mir denke, wer will denn eigentlich nächstes Jahr in der dritten Liga aufsteigen? Was sind da für Mannschaften drin? Das ist krank, nächstes Jahr. Also deswegen, das macht ja den Aufstieg noch so wichtiger, weil wie willst du dann, du weißt nicht, wie Alemannia Aachen performen wird. Du weißt nicht, wie Rostock performen wird. Die werden definitiv oben mitspielen. Oder wir werden definitiv nicht gegen sie gewinnen, egal wo sie stehen. Das kann man auch dazu sagen. Dann hast du Dresden weiter, dann hast du Cottbus, klar, das ist natürlich schon spannend aufgrund der Ostderbys, sage ich mal, das macht ja die Liga dann auch attraktiv. Dann hast du Bielefeld. 60 und Ingolstadt. Ich habe nicht vergessen, die beide aufsteigen wollen, ob sie es auf die Straße bringen, ist nicht gesagt. Also das ist schon brutal, der Aufstieg dieses Jahr war schon enorm wichtig. Der war, dieses Jahr, war noch nie so einfach aufzusteigen wie dieses Jahr, aber nächstes Jahr wird es so schwer. Es sind zwei Aufsteiger aufgestiegen dieses Jahr, also sie sind durchmarschiert und wir haben es mit dem Dritten gerade so geschafft. Also das ist schon auch was wert. Es waren genug, es waren ungefähr acht Aufstiegskarten, Saarbrücken ist auch noch dabei. Es waren auch diese Saison ungefähr acht Aufstiegskarten, die wirklich Ambitionen hatten. Wir waren eigentlich keiner von denen. Deswegen hätte es mich so angepisst. Ich glaube, wenn du es dieses Jahr nicht geschafft hättest, würdest du mindestens fünf Jahre in der Dritten Liga versauern. Überhaupt, also sorry. Und du hättest ja quasi, alle Spieler haben nur noch ein Jahr Vertrag, dann hättest du eigentlich aufsteigen müssen, weil dann alle weg gewesen wären und dann hättest du wieder einen krassen Umbruch gehabt. Aber du hättest definitiv Cota verloren, du hättest definitiv Feed verloren. Du hättest wahrscheinlich noch mehr verloren, vielleicht hättest du auch Bulletsch verloren, was weiß ich, weil die hätten alle ins Mutt-Liga-Angebot bekommen, vielleicht aber auch von einem schlechten, aber so bleiben sie halt bei uns oder zumindest haben sie keine Notwendigkeit, ihren Vertrag vorzeitig aufzulösen. Was uns ja dann schon Richtung Abgänge bringt. Ja, nee, aber das möchte ich ganz gerne in der nächsten Folge besprechen, weil sonst haben wir ja keine zweite Folge in der Vorbereunde. Stimmt. Gute Idee. Jetzt können wir ja eh nur spekulieren. Weil Neuzugängen gibt es noch nicht so viel von dem her. Die kommen zwei Wochen vor dem ersten Spieltag. Das, was wir jetzt bis jetzt geholt haben, bin ich zufrieden, kann ich nicht meckern, aber ich habe mich noch nicht so krass reingenerdet. Der Keller kauft noch ein paar, die er nicht einsetzen darf und leitet sie uns. Ja, genau. Einer soll da ja wohl angeblich schon durch sein. Genau, aber der ist halt auch, der hat jetzt noch nichts gezeigt, dass er Zweitligatag ist. Dürft übrigens auch spannend. Aber um, ja schon, aber ich nehme ihn, also ich hoffe, dass es wirklich fix, wie es irgendwie verschiedene Gazetten vermelden. Offiziell ist es ja nach wie vor nicht, aber da auf den freue ich mich schon auf. Auch ansonsten, wie gesagt, Transfers können wir gerne mal nochmal anders sprechen. Ja, ich würde sagen, freuen wir uns, dass wir Part der Liga 2 sind, in Anbetracht, wie schwer die Liga 3 ist. Ich wollte dazu eigentlich noch sagen, ich habe wirklich zu Saisonbeginn, oder nee, zur Winterpause habe ich gesagt, also vom Gefühl her gerade möchte ich gar nicht aufsteigen, weil es ist so geil, endlich mal wieder Spiele zu gewinnen. Irgendwann macht dich das dann auch fertig in der zweiten Liga, dass du immer so dich an Unentschieden hochziehen musst oder dich freust, wenn du gleichwertig warst und den Gegner auf dein Niveau runtergezogen hast, woran ich mich immer aufgerichtet habe. Ich war ja schon mit wenig zufrieden, aber die hat viel mehr Spaß gemacht, aber halt auch nur die Hinderung. Da kam diese scheiß Rückrunde und jetzt bin ich froh, dass du wenigstens aufsteigst. Weil wir die letzten zwei Saisons in der zweiten Liga auch zu 80% Leihspieler gehabt haben, weil sich das immer mehr hochgeschaukelt hat und die in der Winterpause weg waren. Dann machst du es dir aber auch zu leicht. Also wie gesagt, ein Conny Faber, ich bin ihm so dankbar, dass er das Tor in der Regulation gemacht hat, weil der hat zu diesem Zeitpunkt auch schon unterschrieben gehabt. Da bin ich mir 100% sicher, ich weiß es nicht, aber der war schon fix nächstes Jahr in der Schweiz, dem war es scheißegal, also der hätte es scheißegal sein können, aber aufsteigen noch nicht, war es ihm aber nicht, der macht das Tor noch. Aber das ist auch immer das, wenn du im Aufstieg spielst, ist halt, dann tut sich der Charakter auch leichter, nochmal für alles zu geben, als wenn du gegen Abstieg spielst und gar Bock hast ungefähr. Das ist glaube ich schon so ein bisschen Teamchemie und Stimmung Ding und ja, ich sage nicht, dass wir da nicht letztes Jahr reingeschissen haben, also vorletztes Jahr in der Kaderplanung, aber es ist einfach, ich glaube, es liegt nicht nur an Leihspielern oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, aber wir gehen jetzt nicht mit ganz anderen Voraussetzungen rein und ich glaube, dass unsere Mannschaft nicht aus 50% Leihspielern bestehen wird, die dann nächstes Jahr wissen, bin ich wieder bei meinem anderen Verein, wenn es in die heiße Phase geht, sollten wir dann unten mitspielen. Ich hoffe trotzdem auf dem Mittelfeldplatz. Allerdings hast du nächstes Jahr viele aus dem Stammkader, die nur einen Vertrag bis 25 haben, das ist das nächste Ding, was Bayer Lorz angehen muss, vielleicht doch mal eine Verlängerung im Winter hinbekommen. Oder jetzt im Sommer, also auch so Verträge wie zum Beispiel, also falls Cota nicht geht, könntest du jetzt verlängern, meinetwegen mit Klausel und mehr Gehalt, aber dass die Klausel höher ist als die, die er vielleicht jetzt schon hat, blöd gesagt. Oder wenn du Bullitsch verlängern kannst, eventuell, wäre auch eine Option, weil der Weiser bestimmt. Weiser bestimmt. Er wird deutlich weniger verdienen, glaube ich, als er wert ist aktuell, aber also den könntest du, glaube ich, echt schmackhaft machen mit vielleicht einem zweitiger Gehalt. Muss halt dann auch der Spieler unterschreiben. Weiser bestimmt. Weiser bestimmt. Ich vertraue Bayer Lorz. Jeder von denen kennt sein wertes Problem, aber zwei Sachen zum Aufstieg noch. Ich bin so froh, dass ich diesen Kack-Aachen-Hype nicht miterleben muss. Den riecht mich so auf. Wobei, hingefahren wäre ich gern. Ja, wir nehmen diesen Ground sicherlich noch mit, aber dieser Hype kann gerne ein, zwei Jahre jetzt dann in der Dritten Liga so bleiben. Wenn der Verhalt ist, können wir gerne ins Tivoli fahren. Und das Zweite ist, finanziell, muss man ja auch sehen, selbst wenn wir gleich wieder absteigen würden, kriegst du ja diese 1,6 Millionen Euro Abstiegsprämie und bist dann wieder einer der besser, größeren Vereine in der Dritten Liga. Und du bist zwei Jahre garantiert im DFB-Pokal. Das sollte man auch noch, nur wegen diesem einen Jahr aufsteigen. Allein finanziell, das habe ich im Winter schon gesagt, finanziell musst du es machen, auch wegen der 5-Jahre-Tabelle, dass du nur ein Drittliga-Jahr hast und nicht zwei, das ist schon viel wert. Und wegen Grounds wollte ich nur sagen, ich bin so froh, ich habe mich so geirrt, dass wir abgestiegen sind, nicht nur, weil wir abgestiegen sind, sondern vor allem, weil genau in dem Jahr ist eine Hertha abgestiegen, die zweite Liga. Und ich habe seit Jahren gesagt, ich möchte nicht wieder dreimal nach Hamburg, ich möchte endlich mal nach Berlin fahren. Und jetzt ist sogar noch Kiel aufgestiegen, quasi noch mal einmal Hamburg weniger, weil die meisten ja in Hamburger Nacht haben, wenn sie nach Kiel fahren, wie viele auch nach Lübeck jetzt letztes Jahr. Und Hertha ist immer noch da, heißt einmal Hamburg und einmal Und wir nehmen Schalke mit Hamburg und Pauli aufgestiegen. Es ist nur einmal Hamburg und einmal Berlin. Also welche, fragen wir mal rum, in welchen Grounds möchtest du moderieren und auf welchen Grounds möchtest du lieber im Gästeblock stehen? Im Zweitliga-Jahr. Ich weiß nicht, mittlerweile vor allem auch mit Podcasts und dass ich analysieren muss, bin ich nicht mehr ganz so gerne im Auswärtsblock drin, weil ich nämlich keine Sekunde vom Spiel mitbekomme, wenn ich im Auswärtsblock stehe. Ich weiß nicht, wie es der Brownie immer macht. Das stimmt. Ich habe es ja anders gemacht. Ich habe eigentlich erst immer im Auswärtsblock gestanden und dann habe ich mal angefangen, hier Tüpfung zu machen. Und du hast ein ganz anderes Blick aufs Spiel. Du erkennst Sachen, die du niemals sehen würdest. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre ist es immer schwieriger geworden, weil jetzt meine ganzen Leute, mit denen ich früher unterwegs war, früher habe ich mir die Spiele ausgesucht, die besonders weit weg waren, weil da ist dann eh keiner konnte ich da schön Tüpfung machen, so irgendein Kilo oder sowas und muss mich auch nicht um die Anreise kümmern. Mittlerweile fahren die auch alle nach Kiel und dann bin ich immer in den Dilemma. Ich muss echt schauen, welche Spiele ich überhaupt noch machen kann. Hat jeder das Thema, aber wir haben ja eine Aufgabe. Aber nenn mal zwei Gegner, wo du im Auswärtsblock stehen möchtest und zwei Gegner, wo du moderieren möchtest. Gute Frage. Also ich will auf jeden Fall Berlin mitnehmen und ein ganzes Berlin-Wochenende draus machen. Und das war damals beim, ich weiß nicht, ob es das erste als Mutter-Union-Spiel war, aber da haben wir wirklich ein absolut legendäres Wochenende erlebt und da habe ich kommentiert und habe mir gedacht, kommentieren war eigentlich scheiße, weil wir haben nämlich bis um fünf Uhr in der Früh in dieser Metal-Bar oder was es war und dann in der Früh um sieben waren wir irgendwie frühstücken und ich bin noch mit Acht und Krach zum Turmfunkeinsatz gekommen mit sieben Promille im Gesicht. Also vielleicht Berlin, eher im Blog, aber eher, weil ich nicht mit sieben Promille kommentieren möchte. aber einen von beiden, also Köln habe ich damals ja überhaupt nicht mitgenommen, weder im Blog als Ding oder als Turmfunk. Also Köln oder Schalke würde ich mir schon gerne auch mal den Pressebereich anschauen, weil ich gehe davon aus, dass die geil sein werden. Also bei mir ist es so, dass ich Köln schon erlebt habe, das Turmfunkle und als man den Aufstieg der Kölner, die ein bisschen versaut haben, die Meisterfeier, war ein legendäres Spiel, es hat danach ewig dauert mit Bayer Lords, weil er ja dann unterschrieben hatte. Dementsprechend würde ich gerne Köln aus Gästeblock-Perspektive sehen, weil Köln auch eine für mich tolle Stadt ist, wegzugehen, finde ich, und die hat schon was zu bieten. War das für ein paar Wochen auch möglich. Mehrere Grenzen. Den Aspekt hättest du vor ein paar Wochen haben können? Ja, tatsächlich habe ich, gegen Hertha stand ich schon, gegen Hertha stand ich schon 2.12 im Gästeblock. Der Hertha würde mich interessieren in der Funktion des Turmfunkers sowie Gelsenkirchen. Würde ich gern. Da haben wir damals leider keinen Blog machen können, keinen Auswärtsblog, weil da waren ja noch die Corona-Zeit als Schalke. Da haben wir im Homeoffice kommentiert, oder? Da ist keiner von uns runtergefahren. Da ist keiner runtergefahren und ein paar hundert oder fuchzig Fans durften in den Gästeblock von Schalke. Ich war aber auf, dann war ich, dann war ich noch als Fan, nee, war das die Saison, wo ich noch Fan mehr war? Ich war auf jeden Fall, auf Schalke war ich tatsächlich im Stadion damals. Kann das sein, dass wir Turmfunk gemacht haben? Ich weiß eben nicht mehr, das war meine Frage. Oder ich vermisch da was. Also Schalke, weiß ich bloß noch, Stadion nur, durften nur, weiß nicht, 7000 Leute rein. Aber doch, Turmfunk gab es und ich glaube, ich habe Turmfunk gemacht. Ja, ich habe Turmfunk gemacht, 100 Prozent. Mich würde tatsächlich in Gelsenkirchen. Du darfst nicht mehr, du bist draußen. Ich war doch nie im Gästeblock in Gelsenkirchen. Gelsenkirchen möchte ich tatsächlich, würde mich freuen, wenn ich da. Und bei Hamburg mal schauen, weil ich fand den Gästeblock da sehr enttäuschend. Hamburg habe ich das 5.0 damals moderiert. Da habe ich alles erlebt, was man in Hamburg erleben kann. Da fahre ich zum Feiern. Ich fahre nur zum Miniatur Wunderland nach Hamburg. Mir ist egal, wie es Fußball ausgeht. Also ich brauche eigentlich wieder sowas wie Lübeck. Ich weiß nicht, was man in Lübeck wird. Wahrscheinlich Elversberg oder irgend sowas, Berlin, Gelsenkirchen, Hamburg, werde ich dann doch mit meiner Gruppe fahren. Und wenn ich dann Turmwunk machen soll, dann geht es auch. Aber wie du gesagt hast, dann ist es teilweise Nacht zu kurz gewesen eventuell. Wenn man noch irgendwie anders war. Dresden sind ja wohl entweder Gulli und ich oder Matze und ich. Ja, und wenn, dann bist du krank. Ja, weil ich krank war. Aber das habe ich mich auch eingeschrieben, weil ich wollte eigentlich unbedingt bei diesem Jahrenausflug dabei sein. Plötzlich war ich Robert Fischer Das wollte ich jetzt extra nicht sagen, auf die Frage, welche Fahrt ihr machen wollt. Ja, da wollen ja andere Geschäftsstellen ausmachen, weil die sind richtig geil, aber nicht, dass die andere Turmwunker zuhören und wir das jetzt dann wegschnappen. Aber ich war auch. Ich muss auch sagen, bisher habe ich die immer durch Zufall mitgenommen, die Geschäftsstellen ausführen. Auch Bremen warst du dabei, oder? Nee, Bremen war ich nicht, aber ich war, keines Lautern, wo die Übernachtung in Heidelberg war. Das war auch sehr schön. Das wusste ich vorher auch nicht, dass das stattfindet, sondern habe das dann gerne mitgenommen. Ganz viele Turmwunk-Anekdoten. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, hoffentlich. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die zweite Liga. Wir hoffen auch auf viele Aussatzfahrer natürlich wieder und Turmwunk-Hörer und ja, mindestens die Verdreifachung der 1889 FM-Hörer, weil vor allem der Aufstieg sehr viele neue Abonnenten auf Instagram gebracht hat. Die werden die Länge der Folge sehen und dann gleich mal sagen, nee, das tue ich mir nicht an. Genau, also die Zwei-Stunden-Folge siebt natürlich wieder die Zwölf-Sekunden-Aufmerksamkeit, Wheel-Gucker und die... Brauchst du schon eine große Wohnung, während du die ganze Folge anhören kannst, während du die Wohnung putzt, ne? Ja, ich denke mal, viele werden es im Auto hören. Oder so. Bei der nächsten Auswärtsfahrt. Zum... Ja, das ist... Es soll ja auch geile Vorbereitungsspiele geben, wenn man zumindest... Eben, danke. Ja, wenn man zumindest... Aber wieder kein internationales. Das darf man hier auch mal sagen, das wird seit Jahren gefordert und dann heißt es wieder, ja, wir haben es versucht, letztes Jahr im Winter auch. Dieses Jahr haben sie, glaube ich, nicht mal mehr versucht, weil es halt mit Aufstieg irgendwie zu viel Stress war, was weiß ich. Aber es kommt halt immer noch nicht. Es ist angedacht, also vom Vereinsseite ist wirklich... Man hat das gehört, dass es der Wunsch auch in der aktiven Szene ist, dass man mal nicht nur irgendwie in Oberösterreich, sondern, keine Ahnung, wenn es nur Tschechien ist, aber dass man halt mal... Wäre auch ein Fortschritt, wäre ein Riesenfortschritt tatsächlich. Ah, da gibt es gute Kontakte, gell, so Geschäftsführung. Ja, das war der Witz. Aber muss man so ein Freundschaftsspiel anmelden? Ich habe leider unsere Aufstellung nicht dabei. Ich wollte mich bloß kurz beschweren, also das muss jetzt dann schon irgendwann mal kommen, weil das wird jetzt schon ein bisschen länger versprochen, dass das zumindest auf dem Schirm ist. Ich muss natürlich nochmal einen Quatsch reinbringen, Leverkusen schuldet uns auch noch ein Freundschaftsspiel, weil sie uns ja den Heiko Herrlich weggeschnappt haben und Rudi Völler gesagt hat, ja, dann kriegen sie halt ein Freundschaftsspiel oder irgendetwas. Es sind ja noch nicht alle Freundschaftsspiel bekannt. Ich habe gehört, eines, also das Letzte, glaube ich, ist vor allem noch nicht bekannt, das wird wahrscheinlich auch gegen einen höherklassigen deutschen Verein gehen. Oh ja. Aber was auch immer das heißt, es kann auch ein Zweitliges sein. Ich will da auch gar nicht lieber grüßen. Aber ein Zweitliges ist normalerweise nicht, zumindest die Keller-Dortrinen war ja, wir spielen gegen keinen, gegen den wir dann im nächsten halben Jahr spielen, so ungefähr. Also wird es wahrscheinlich irgendjemand aus der ersten Liga sein, kann ich mir vorstellen. Irgend so ein Highlight wie Heidenheim. Weil die starten ja auch immer später, das heißt, die sind dann frisch aus dem Trainingslager und es spielt eh bloß die zweite Mannschaft. Ja. Heidenheim oder Darmstadt auf halber Strecke. So ein Fan magiert wie Heidenheim. Ja. Und da werden wir dann wieder 4-0 führen und 5-4 verlieren oder sowas. Irgendwo auf halber Strecke in Eigelsbach. Oh, hör auf, das Spiel hat mich brochen, ich will jetzt nicht drüber reden. Gut. Wie immer kommen wir jetzt wieder in einen Schmarrn rein, deswegen hören wir auf. Ich hänge jetzt dann gleich noch den Unterstützer-Tank dran und bis dahin, tschüss mit dir. Servus. Servus, hat es Spaß gemacht, danke. Kurzer Unterstützer-Tank. Nochmal fettes, fettes Merci für diese krasse Saison, für diese unfassbare, auch finanzielle Unterstützung von euch. Das hat mir wirklich geholfen und viel Puffer verschafft. Ich kann ja ein bisschen aus Nebkästchen blauern. Ich habe ja auch noch einen Umweltblog, den wollte ich auch monetarisieren und das habe ich nicht geschafft. Ich hatte ja noch einen Blog über Selbstständigkeit, der hat auch nicht so viel eingespielt und die zwei habe ich im Laufe des Jahres aufgegeben. Also es ist dann schon auch eine Priorisierung. So blöd wie es klingt, ich kann nicht alles als Hobby machen, dass 1889 FM unterm Strich überlebt. Vielleicht hätte ich es auch noch als Hobby weiter betrieben, aber ja, wenn es auch noch ein Teil meines Lebens finanziert, dann macht es mir die Entscheidung natürlich einfacher und deswegen fettes, fettes Merci und jetzt sind auch einige Unterstützungen eingegangen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er den Namen genannt werden will, deswegen lese ich jetzt nicht vor, aber du wirst wissen, wer du bist. Du hast am 14. Mai noch überwiesen mit dem Betreff, schlimmer geht es nimmer, Leverkusen Meister, der FC in Liga 2 und der Jahn spielt weiter in der dritten Liga, Fragezeichen. Und ich hoffe, dass dich zumindest genauso wie uns gefreut hat, dass wir aufgestiegen sind und das deinen Frust ein bisschen lindern konnte. Leverkusen ist natürlich immer noch Meister, aber zumindest das. Unsere Dauerspender Paul und Sonja haben eine nochmal großzügigere Aufstiegsprämie überwiesen, als sie sonst schon immer überweisen. Danke, danke, danke dafür. Der FIT hat 1889 FM-Unterstützung überwiesen, natürlich auch mit dem witzigen Betrag 1889. Finde ich gut. Danke, der Oliver hat auch nochmal einen fetten Batzen überwiesen. Danke für euer Engagement. Dann gab es natürlich immer noch die Dauerspender. Danke dafür, auch auf Steady und auch die, die per Überweisung Dauerspenden vielen Dank. Per Paypal kam nichts mehr rein, habe ich gesehen. Also, danke, danke für eure Unterstützung, wie gesagt. Und wenn ihr das Projekt weiter unterstützen wollt, freut mich das, wie ihr das schafft. Seht ihr in den Shownotes oder auf 1889fm.de auf Unterstützen klicken und wer mehr als 5 Euro spendet und seine Adresse, ganz wichtig, im Überweisungsbetreff angibt, bekommt dann noch ein paar Sticker zugeschickt. Da habe ich noch ein paar hier. Würde mich natürlich freuen, wenn auch neue Unterstützerinnen und Unterstützer dazukommen. Aber jetzt erstmal den Aufstieg weiter genießen. Wir hören uns und sehen uns. Ciao.